So, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zur mittlerweile schon 18. Veranstaltung bei InnoVeas, bei der Schulung zu InnoVeas. Ja, heute ein neues Gesicht für die, die schon häufiger dabei waren. Mein Name ist Volker Diffenhardt. Ich darf heute meinen Kollegen Joachim Bauer vertreten, der gerade im Auftrag von InnoVeas virtuell in Warschau unterwegs ist. Jetzt aktuell guckt er noch zu, aber er wird dann nachher auch gleich ausgehen und sich dann eben diesem EU-Projekt dann nochmal weiter widmen. Heute das Thema Effizienzpotenziale bei elektrischen Antrieben. Wir konnten die Frau Hoffmann von der Hochschule Ahlen gewinnen. Frau Hoffmann ist eine Expertin in dem Bereich Effizienzpotenziale elektrische Antriebe. Nicht nur, dass sie jetzt schon länger Professorin in Ahlen ist, sondern sie hat es wirklich auch schon in der Praxis durchgeführt, indem sie dann auch in leitender Funktion bei Siemens war. Aber bevor ich zu Frau Hoffmann weitergebe, möchte ich den obligatorischen Werbeblock für InnoVeas bringen. Für alle die, die noch nicht dabei waren, für alle anderen, die es schon gehört haben, holen sich entweder nochmal einen Kaffee oder aber. Die haben jetzt nochmal ein Update quasi. Vielleicht allgemein zur EduDip erstmal. Sie können hier oben mit dem Icon dann auch das Vollbild herstellen. Wenn Sie sich während des Vortrags von Frau Hoffmann oder auch danach Fragen haben, vielleicht Verständnisfragen, das ist nicht falsch. Wenn Sie auch inhaltliche konkrete Nachfragen haben, bitte das im Chat schreiben. Auch wie gesagt schon während des Vortrags. Wir sammeln das dann und dann können wir am Schluss dann auch nochmal die Fragen dann an Frau Hoffmann gesamt stellen. Löchern Sie, Frau Hoffmann, heute ist sie da. Danach nur noch per Mail. Deswegen sollten wir heute dann die Fragen, wenn welche sind, dann genau abhandeln. Ja, worum geht es bei InnoVeas? InnoVeas kleinere und mittelständische Unternehmen, kleinere und mittleren Unternehmen dazu, Energieaudits durchzuführen, ihnen auch Spaß zu machen auf Energieaudits, weil aus unserer Sicht, und das ist wahrscheinlich nicht nur unsere Sicht, sondern das zieht sich durch die ganze Normierung auch durch, ein Energieaudit steht immer am Anfang. Nur wenn ich weiß, wo ich stehe energetisch, welche Optimierungspotenziale ich auch habe, wo ich auch Schwachstellen habe, kann ich dann auch ein systemisches Energiemanagement dann eben auch installieren. Deswegen ist ein Energieaudit immer am Anfang. Und deswegen, wir müssen uns Gedanken machen, wo wir die Probleme haben im Unternehmen, wo wir eben auch Schwachstellen haben. Wie können wir den Energieeinsatz insgesamt auch besser verstehen, kennenlernen, um dann entsprechend dann auch den Energieverbrauch zu reduzieren. Das, was wir nicht reduzieren können, müssen wir logischerweise am besten dann garantiv erzeugen an Energie oder eben auch verlässliche regenerative Energie dann zukaufen. Was wir bislang schon gemacht haben, es sind fünf Schulungsvideos online auf dieser internationalen Plattform zu verschiedenen Themen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. Wer es dann gerne auch eine international haben will, kann natürlich auch auf die anderssprachigen europäischen Videos zugreifen. Aber wie gesagt, fünf zentrale Basisvideos, die Sie gerne auch entsprechend dann nutzen können und sich das anschauen können. Was wir bislang schon gemacht haben, ich hatte es am Anfang gesagt, wir haben schon bislang 18 Webinare angeboten. Sie können alle noch abrufen, bis auf zwei. Dafür gibt es ein zusammenfassendes Video, da hatten wir dann technische Probleme, aber das ist nur einfach mal so in der heutigen Zeit. Aber ansonsten bitte gerne auch alle nachträglich nochmal sich anschauen und vielleicht auch gerne den Link dann weitergeben, damit man eben auch die Basis dann für der Teilnehmer dann auch noch ein bisschen verbreitern kann. Wir haben auch noch einiges vor. Hier sind noch viele Themen frei. Was aber jetzt in den nächsten Tagen und Wochen kommt, gleich diese Woche noch am 26. November, das Thema Energieeffizienz in der Lüftungstechnik. Bitte gerne auch anmelden. Am 2. Dezember das Thema energieeffiziente Pumpenauslegung und am 7. Dezember dann noch Tools zur Klimabilanzierung. Wer es nicht weiß, EcoCockpit ist ein Produkt der Effizienzagentur Nordrhein-Westfalen und die IHK hat das für die baden-württembergischen Unternehmen quasi eingekauft und nochmal branden lassen, sodass das die baden-württembergischen Unternehmen dann entsprechend auch nutzen können. Also auf jeden Fall ein spannendes Tool, lohnt sich da auf jeden Fall teilzunehmen. Was wir auch machen und da appelliere ich an alle, die aus den Branchen Bau, Bauprodukte, Lebensmittel, Getränke und Chemie kommen. Wir bieten ganz exklusiv Firmenworkshops an im Rahmen von InnoVeas, im Prinzip zwei Bausteine. Der erste Baustein ist ein KevCheck. Wir kooperieren hier mit dem Kev-Netzwerk, das aus regionalen Trägern besteht. Gerne sich dort auch nochmal bei kev-bw.de informieren. Es ist ein obligatorischer Vor-Ort-Check bei Ihnen im Unternehmen dann entsprechend. Da gibt es einen Bericht dazu und aufbauend aus diesem Bericht werden dann moderierte Workshops, Online-Workshops angeboten, um erste Maßnahmen mit Ihnen zusammen dann auszuarbeiten. Also da, wo Kev normalerweise enden würde, setzen wir dann hinten nochmal einen entsprechenden Workshop mit dran und bearbeiten dann gemeinsam mit Ihnen erste Ideen, wie Sie dann auch in die Maßnahmen umsteigen. Anmelden können Sie sich ab sofort. Entweder beim Kollegen Joa Bauer oder wie gesagt über kev-bw.de bitte Ihre Moderatoren, die in den Regionen sind. Dort finden Sie auch entsprechend die Namen der Moderatoren, die dort ansprechen und die geben es dann uns weiter und wir vereinbaren gemeinsam mit Ihnen dann entsprechend einen Termin. Genau, was ich auch noch darauf hinweisen würde, Sie bekommen hier für die Teilnahme an den Veranstaltungen ab 12 Stunden Teilnahmedauer eine Teilnahmebescheinigung. Die wird von Herrn Dr. Bauer ausgestellt. Verpasste Module können Sie gerne per Videostudium selbst nachholen. Sie sollten aber durchaus auch ein paar Live-Web-Seminare mitgemacht haben und die Teilnahme an diesem Selbststudium erklären Sie dann durch eine Selbsterklärung, die Sie dann auch gerne bei uns einreichen und entsprechend gibt es dann auch eine Teilnahmebescheinigung. Genau, wer es noch nicht kennt, ganz einfach über den YouTube-Kanal oder über die Webseite innovers.eu einfach sich informieren und ja, ich hoffe, Sie finden durchaus noch ein paar Hinweise, falls Sie noch nicht alle Videos angeschaut haben. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort präsent zu sein und sich die Sachen alle durchzuschauen und nun würden wir umschwenken zur Frau Hoffmann. Sehr gut. Frau Hoffmann, Sie sind da. Sie sind noch stumm? Ja, jetzt müsste es klappen. Also, liebe Plattform. Vielen Dank für die Einleitung und ja, ich freue mich, heute hier zu sein und Ihnen was über Effizienzpotenziale bei elektrischen Antrieben näher bringen zu können. Noch mal kurz zu mir. Mein Name ist Martina Hoffmann. Ich habe die Professur für Erneuerbare Energien an der Hochschule Aalen und ja, Effizienz bei elektrischen Antrieben mache ich schon sehr, sehr lange. Ich habe damals in meiner Promotion mich sehr stark mit elektrischen Antrieben beschäftigt und war zehn Jahre bei Siemens und habe die letzten drei Jahre da auch massiv mitgearbeitet. Da ging es hauptsächlich um Erneuerung von Antrieben in Papiermaschinen und das ist wirklich die hohe Kunst, da was richtig effizient zu machen. So, ich habe Ihnen heute einen Vortrag mitgebracht, der ein bisschen anders ist, als ich es normalerweise an der Hochschule mache, weil ich mir gedacht habe, naja, Sie kommen wahrscheinlich alle irgendwo aus der Praxis. Und da bringt es Ihnen nicht viel, wenn ich jetzt irgendwie so viel theoretischen Kram mache, sondern ich habe es versucht, möglichst fassbar zu machen, sodass Sie einerseits verstehen, was die Hintergründe sind bei den elektrischen Antrieben und andererseits auch ein paar Beispiele haben, was man machen kann. Und ich würde mich freuen, wenn dieser Vortrag Sie oder dieses Web-Seminar Sie dann inspiriert, dass Sie sagen, oh ja, super, jetzt habe ich es verstanden und jetzt würde ich gerne meine eigenen Antriebe mal alle checken, was man da noch erreichen kann. Also dann habe ich mein Ziel auch erreicht. Das würde mich sehr freuen. Ja, also was ist heute Inhalt dieses Web-Seminars? Wir schauen uns eben ganz konkret an, wo bei elektrischen Antrieben Effizienzpotenzial zu finden ist. Und das ist hier im Prinzip die erste Zusammenfassung, aber auch eigentlich die Inhaltsangabe. Das heißt, es ist zuerst mal natürlich Motoren richtig dimensionieren. Und das ist was, was in der Praxis eben sehr, sehr häufig falsch gemacht wird. Die sind oft viel zu groß. Dann geht es um den Einsatz von Hocheffizienzmotoren. Es gibt mittlerweile IE4-Motoren, werde ich Ihnen auch ein bisschen was zu zeigen. Dann sollte man eben überlegen im System, ob man Motoren wirklich hart ans Netz schalten will oder ob es nicht doch sinnvoll wäre, Frequenzumrichter zu nutzen. Das ist eben für bestimmte Anwendungen sehr, sehr effizient. Und dann geht es natürlich auch nochmal darum, den Blick ein bisschen weiterzumachen, das Gesamtsystem zu betrachten und dort die richtigen Komponenten auszuwählen. Und last but not least, die richtige Wartung führt eben dazu, dass so ein Motor, so ein Antriebssystem auch wirklich effizient arbeiten kann. Da geht es auch wirklich ganz konkret auch ums Saubermachen, was einfach ja auch schon sehr, sehr viel bringt. Jetzt fangen wir erst mal an mit der richtigen Dimensionieren. Also übrigens, ich habe den Chat auch im Blick. Wenn Sie irgendwie eine ganz wichtige Frage zwischen rein haben, können Sie das gerne in den Chat schreiben. Und ich gucke dann, ob es direkt reinpasst oder ob ich dann später beantworte. Also da bin ich sehr flexibel, einfach melden dann, wenn was ist. Und ansonsten können wir das ja dann zum Schluss machen. Ja, jetzt erst mal zur richtigen Dimensionierung. Möchte ich Ihnen zuerst mal überhaupt mal ein bisschen nahe bringen, wie so ein elektrischer Motor funktioniert. Und ich habe hier als Beispiel den Drehstrom-Asynchronmotor genommen. Und zwar deswegen, weil Asynchronmotoren eben die am allerhäufigsten eingesetzten Motortypen in der Industrie sind. Und ich auch vermuten würde, dass alle von Ihnen, wenn Sie eben auf die Industrie kommen, auch solche Motoren verbaut haben. Generell das, was ich hier auf der Folie stehen habe, ist natürlich für alle Motoren gültig. Insofern nicht speziell auf die Asynchronmotoren bezogen. Also wir haben hier in der Mitte ist dieser Asynchronmotor. Das ist so ein Standardgerät. Sie sehen also hier, hier vorne schaut die Welle raus. Da wird also irgendwas angeflanscht, was der Motor eben antreiben soll. Sie sehen hier oben den Klemmkasten. Der ist sehr gut geschützt. Den muss man also wirklich aufschrauben, damit man diesen Motor irgendwie anschließen kann. Hier sind so Einführungslöcher, die man dann öffnen muss. Da hinten sehen Sie den Ventilator. Sehr viele Motoren. Ah, ich sehe gerade die Folie ist nicht sichtbar. Kann vielleicht jemand von der Moderation mal schauen? Also weil ich sehe die Folie. Geht mir auch so. Okay, also Moderation, alle sehen es, aber... Herr Krämer hat ein Problem. Ich sehe es ja, okay, Herr Krämer. Also dann, Georg, das liegt an dir, nicht am Internet wahrscheinlich. Also scheinen Sie wirklich alle zu sehen. Gut. Okay, dann mache ich hier weiter. Also da hinten, also ich sehe, ich hoffe, man sieht den Pointer, mit dem ich hier die ganze Zeit hier rumfahre und zeige. Ja, okay, sehr gut. Also hier hinten ist der Lüfter angesetzt und Sie sehen, der gehört zum Motor mit dazu. Und das ist die häufigste Standardausführung bei Motoren, dass eben der Lüfter direkt auf der eigenen Welle mit drauf sitzt und damit also im Betrieb immer dafür sorgt, dass der Motor gut belüftet ist. Sie sehen also hier außen, das sind auch Kühlrippen, die also auch nochmal dafür sorgen, dass der Motor irgendwie seine Abwärme verlieren kann, möglichst gut verlieren kann. Und das ist jetzt ein Thema, auf was ich hier nur kurz hinweise. Es kommt nachher bei der Wartung nochmal. Wenn der also nicht ordentlich lüften kann und seine Abwärme nicht los wird, dann hat er wirklich ein Problem. Also deswegen hier gleich, wo wir das Bildchen vor uns sehen, der Hinweis, man sollte das immer mal wieder säubern, damit also die Luft da ordentlich durchpusten kann. Und die geht auch wirklich durch das Motorinnere durch. Da gibt es auch verschiedene Varianten und das standardmäßig normalerweise geht also durch den Innenraum des Motors diese Luftführung durch. So, jetzt sehen wir hier noch diese Füße des Motors. Da möchte ich auch gleich hier drauf hinweisen. Sie sollten immer darauf achten, dass der Motor gut ausgerichtet ist, gut festgeschraubt ist. Das ist nicht nur so, also man muss den festschrauben, sonst kann er keinen Drehmoment übertragen. Aber es gibt also auch Studien, wenn ein Motor so leicht schräg angeschraubt ist, dann verliert er also auch Drehmoment bei der Übertragung. Also man sollte den immer ganz exakt ausrichten und richtig gut festschrauben, weil der natürlich Vibrationen abbekommt während des Betriebs, weil er dreht sich ja selber. Aber also da sollte man sehr stark darauf achten, dass das wirklich ordentlich ausgerichtet ist. Also das sind schon die ersten Verluste, die man dabei haben kann. So, wie funktioniert das jetzt aber überhaupt? Also es geht elektrische Energie in so einen Motor rein und zwar hier am Klemmkasten. Dann sind im Motor selber sind Spulen angeordnet, die ein Magnetfeld erzeugen und über dieses Magnetfeld wird dann eben auf dem Läufer, auf dem Motor ein zweites Magnetfeld induziert, also eine Spannung induziert. Und die sorgt dann also dafür, dass zwei Magnetfelder da sind, die dann gegenseitig interagieren und dann das Drehmoment erzeugen. So, und das kommt dann auf der anderen Seite raus und zwar genau hier an dieser Welle. Da kommt dann die mechanische Energie raus in Form von einem Drehmoment und einer Drehzahl. Und das hier an der Stelle auch gleich mal Motoren, also wenn man sie wirklich gut und effizient auslegen will, die richtigen auswählen, dann macht man das immer anhand der Größen Drehzahl und Drehmoment und eher nicht an der Größe Leistung. Also die Leistung ist für mich bei Motoren einfach eine Klassifizierung, dass man ungefähr weiß, in welcher Größenordnung man da unterwegs ist. Aber zum wirklichen sinnvollen Auslegen braucht man Drehzahl-Drehmoment. Das ist ganz wichtig. So, also der Motor ist also ein Wandler, ein Energiewandler. Der wandelt elektrisch in mechanische Energie und jede Energiewandlung ist verlustbehaftet. Und deswegen geht eben die Verlustleistung wirklich verloren für den Arbeitsprozess, aber die muss eben als elektrische Energie bezahlt werden. Das heißt also, man sollte schon darauf achten, dass so ein Motor möglichst hohe Effizienz hat in seinem Betriebspunkt auch, damit man eben da möglichst wenig Verlustleistung hat. An dieser Stelle auch der Hinweis, die Verlustleistung ist eben hauptsächlich Wärme, die also durch die Stromführung im Motor entsteht. Und sie können im Prinzip auch so ein bisschen durch Hand auflegen bei so einem Motor. Also immer aufpassen, dass man an die drehende Welle nicht zu nahe kommt, weil das kann wehtun. Durch Auflegen an das Äußere des Motors, zum Beispiel an den Kühlrippen, können sie schon fühlen, ob der jetzt viel Verluste hat oder nicht. Weil wenn er sehr, sehr heiß wird, hat er sehr große Verluste. Und dann sollte man wirklich auch nochmal gucken, ob da alles stimmt. Weil, naja, also zu heiß ist nicht gut, weil irgendwann geht dann die Isolation thermisch kaputt. Und dann brennt er durch und dann ist er einfach kaputt. Also da kann man auch mal ein bisschen auf die Temperatur achten. Üblicherweise ist in Motoren ein Temperaturfühler ganz in der Mitte der Wicklung verbaut. Dort, wo es wirklich am meisten Abwärme gibt. Und es wird normalerweise getrackt über den Umrichter, wenn einer da ist. Oder, also der Anschluss ist normal hier im Klemmkasten auch. Oder man führt ihn eben wirklich raus und monitort hier die Temperatur. Das kann man also auch machen. Ist also empfehlenswert, wenn man wirklich hocheffizient arbeiten möchte. So, jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass man Motoren direkt sozusagen hart ans Netz anschließt und dort dann einfach irgendwas antreibt. Und dafür schauen wir uns jetzt mal diese typische Kennlinie von einer Asynchronmaschine an, die ich Ihnen hier mitgebracht habe. Sie sehen also hier aufgetragen. Auf der Y-Achse ist das Drehmoment, das mechanische Moment an der Welle. Und hier auf der X-Achse ist die Drehzahl des Motors. Und jetzt gibt es hier verschiedene Betriebspunkte. Ich fange jetzt mal an. Sie schalten so einen Motor an. Also der ist jetzt an, was weiß ich, 400 Volt angeschlossen. Drei-Fasig üblicherweise. Und anschalten ist hier, also wenn die Drehzahl gleich Null ist. Und das ist jetzt auch das Besondere bei einer Asynchronmaschine. Die kann also wirklich auch unter Last anlaufen. Die hat also hier bei Drehzahl Null bereits ein Moment, was sie aufbringen kann. Das wäre blöd, wenn sie es nicht hätte, weil dann könnte sie nicht selber anlaufen. Das ist zum Beispiel das Problem, was ein Synchronmotor hat. Der kann eigentlich selber nicht anlaufen. Da muss man ein paar Tricks machen. So der Asynchronmotor kann das aber per se, hat also hier dieses Anlaufmoment. Wenn er jetzt nur alleine anlaufen muss, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Wenn er aber jetzt gegen irgendein System anlaufen muss, wo jetzt irgendwelche Leitungen dahinter sind, Lüfter, was auch immer. Dann kann das schon mal hier zum Problem werden. Also da muss man ein bisschen aufpassen, dass dieses Anlaufmoment auch wirklich die Last, die hinten dran hängt, auch aufbringen kann. Weil sonst läuft er einfach nicht an. So, jetzt läuft er an. Jetzt fährt er hier mit der Drehzahl hoch. Kommt dann irgendwann hier in den Bereich seiner Nenndrehzahl und seines Nennmomentes. Wenn er jetzt noch im Leerlauf läuft, dann läuft er irgendwo hier unten eben, hier mehr oder weniger da, wo die Kennlinie diese Achse schneidet. Also nicht ganz, aber fast, weil er hat so noch ein bisschen kleine Verluste. Und sobald Sie ihn also wirklich jetzt belasten mit einer Last, dann wird er in der Drehzahl ganz leicht einbrechen. Also nur leicht, sehen Sie hier. Bis er dann zum Beispiel hier bei seinem Nennmoment damit belastet wird und sich dann eben bei der Nenndrehzahl einpegelt. So, jetzt ist aber ganz oft so, dass er eben nicht mit seinem Nennmoment belastet wird, sondern mit einem Moment, was viel, viel geringer ist als das Nennmoment. Also das heißt, sein Arbeitsbereich ist irgendwo hier vorne an dieser Kennlinie. Und was Sie aber hier schon sehen können, ist, er hat hier dieses sogenannte Kippmoment. Also das heißt, man kann das Moment auch über diesen Nennwert belasten. Er wird da auch nicht gleich stehen bleiben, er wird ein bisschen langsamer werden, aber er kann dann bis zu diesem Kippmoment, bis zu diesem Wert, kann er also Moment aufbringen und kann dann was antreiben damit. So, was hat es zur Folge, wenn Sie ihn also über Nennmoment belasten? Das Nennmoment ist so berechnet, so vorgesehen, dass ein Motor das eben dauerhaft leisten kann, also sprich einmal einschalten und nicht mehr ausschalten. Also das heißt, er kommt dann in seinen thermischen Behaarungszustand irgendwann und kann das also thermisch dann auch leisten, ohne dass irgendwas kaputt geht oder verbrennt. So, wenn ich ihn also jetzt etwas stärker belaste als mit seinem Nennmoment, dann ist es erstmal kein Problem, was passiert. Es sind höhere Ströme im Motor, die dann da fließen. Der hat also diese Reserven und damit wird aber mehr Verlustwärme erzeugt. Das heißt also, der Motor wird dann wärmer, als er normalerweise würde. Das heißt also, sowas kann man nur kurzzeitig machen. Also man kann es machen, aber eben nur kurzzeitig und man muss ihm dann also nachher auch wieder die Zeit geben, abzukühlen. Und das ist im Prinzip die Möglichkeit, die Sie zum Spielen haben. Das heißt, wenn Sie also jetzt ein System haben, was nur hin und wieder mal höhere Momente braucht, aber ich sage mal im Regelfall eher niedrige Momente, dann müssen Sie also auch nicht einen Motor nehmen, der die hohen Momente, die selten auftretenden als Nennmoment hat, sondern Sie können da auch wirklich einen kleinen Motor nehmen und können bis nah ans Kippmoment rangehen. Also es sollte nicht zu nah gehen, weil sonst bleibt der wirklich stehen. Aber das kann man wirklich machen und das macht man auch, wenn man Motoren effizient auswählt. Das ist also die erste Möglichkeit, wie man das machen kann. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, das habe ich auch immer wieder festgestellt, wenn ich irgendwo draußen in einem Betrieb war, Motoren werden sehr gerne viel zu groß dimensioniert. Also das heißt, man guckt sich an und sagt, naja, was ist denn das maximale Moment, was der erreichen muss? Und das nehme ich dann als mein Nennmoment. Und das ist eigentlich totaler Quatsch, weil ich da natürlich, also was habe ich für Nachteile? Ich habe einen größeren Motor, als ich eigentlich brauche. Ich habe höhere Verluste, kommen wir gleich drauf, warum? Ich muss mehr Geld bezahlen. Ich brauche einen größeren Bauraum. Und wenn ich dann natürlich auch eine Ersatzteilhaltung habe, was ich normalerweise ja auch immer habe, dann habe ich halt auch noch das Ganze dann irgendwo im Lager rumliegen. Also großen Motor, viel Geld gebunden und so weiter. Also es macht keinen Sinn. Es macht wirklich viel mehr Sinn, wirklich genau zu gucken, was brauche ich eigentlich? So, das wäre jetzt also hier an der Stelle, wie so ein Motor funktioniert, wenn er hart am Netz ist. Und hier habe ich Ihnen jetzt mal Katalogdaten mitgebracht, damit ich Ihnen auch mal zeige, wo man sowas auch sehen kann. Das ist jetzt von Siemens. Ich habe ja, glaube ich, vorhin gesagt, dass ich sehr lange bei Siemens gearbeitet habe. Also es soll jetzt hier keine Schleichwerbung sein, sondern ich kenne mich da einfach am besten aus. Sie können da jeden beliebigen anderen Anbieter auch nehmen und können da in den Katalog schauen. Da möchte ich Sie also jetzt gerne auf ein paar Sachen hinweisen. Hier wird leider begonnen mit der Leistung, weil es irgendwie so üblich ist. Aber das Wichtigste hier sind wirklich die Nenn-Drehzahl und das Nenn-Moment. Sie sehen hier, das ist beides jeweils bei 50 Hertz hier gezeigt. Und das ist eben wirklich das, worauf man einen Motor auslegt. Das heißt, man schaut, wie muss die Drehzahl im Lastbetrieb sein und man legt sich möglichst nah an diese Drehzahl. Ich habe Ihnen jetzt zwei unterschiedliche Typen mitgebracht, nämlich ein zweipolige und ein vierpolige. Das heißt also, die haben wirklich diese ausgeführte Polzahl sozusagen im Inneren, also im Stator. Da gibt es entweder die Zweipole oder die Vierpole, also weniger als zwei gibt es nicht, weil es muss immer eine gerade Anzahl sein. Es sind immer Nord- und Südpol, die zusammengehören. Es gibt dann noch unter den Standardmotoren gibt es noch sechs Pole und acht Pole, aber die acht nicht in jeder Ausführung. Und dann ist eigentlich vorbei. Also eigentlich zwei, vier und sechs Pole gibt es standardmäßig in eigentlich allen Größenordnungen. Alles, was darüber hinausgeht, müssen Sie dann separat beauftragen. Das wird dann also extra für Ihren Antriebsfall ausgelegt und ist dann also ganz genau darauf dimensioniert. Aber davon reden wir jetzt nicht, sondern wir reden von Motoren, die also in Standardgrößen da sind. Und das ist das Tolle bei Asynchronmotoren. Die sind also genormt. Da gibt es also diese ganzen Baureihen und deswegen sind die auch ersetzbar. Das heißt, Sie können einen Motor von einem Hersteller durch den von einem anderen Hersteller ersetzen und normalerweise passt es dann. Also sowohl die Achshöhe, also da zwischen dem Punkt, wo man anschraubt und da, wo die Mitte der Welle ist, als auch von den mehr oder weniger Größenordnungen, Dimensionen des Motors. So, jetzt schweife ich gerade ein bisschen ab. Also zweipolige und vierpolige. Das unterscheidet sich eben, wie Sie hier schon sehen, an den Drehzahlen. Also der zweipolige hat eine relativ hohe Drehzahl, so knapp unter 3000 Umdrehungen pro Minute und der vierpolige etwas unter 1500. Sie sehen, wenn Sie hier in die Nenndrehzahlen reingucken, hat eben der zweipolige jeweils um die 2800 irgendwas und der vierpolige 1400 irgendwas. Also das sind so die Bereiche der Nenndrehzahlen. Und das ist auch jetzt schon so der Hinweis dazu. Also wenn das irgendwie funktioniert, dass Sie irgendwas antreiben, was eben etwa diese Drehzahlen hat, dann ist das toll. Dann können Sie das also auch direkt am Netz machen, brauchen auch keinen Frequenzumrichter. Wenn Sie da aber ein bisschen weiter weg sind oder Sie haben eben wechselnde Drehzahlen, dann würde ich da empfehlen, einen FU und Frequenzumrichter mit einzusetzen und zu berücksichtigen. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Also hier nur der Hinweis. So, wie läuft das jetzt? Also jetzt beispielsweise, ich habe jetzt einen Antriebsfall. Ich will jetzt irgendwas um die 2000 Umdrehungen, will ich jetzt haben. Und ich habe jetzt irgendwie 5 Newtonmeter als Antrieb, was ich brauche. Das heißt, dann schaue ich hier rein. Naja, 2000 könnte ich jetzt den zweipoligen nehmen. Der kann 3000. Hat da sein volles Feld. Also dann 5 Newtonmeter wäre dann dieser hier. Und dann sehe ich eben hier genau, also den kann ich jetzt auch wirklich nehmen. Und was ich hier noch sehe, ist dann also der Wirkungsgrad. Hier sind jetzt drei Wirkungsgrade gezeigt zu unterschiedlichen Lastausprägungen. Und wenn ich jetzt 5 Newtonmeter brauche und ich habe hier einen, der kann genau 5 Newtonmeter, dann bin ich bei 4 Viertel Last. Das heißt, dann muss ich hier gucken bei diesem Wirkungsgrad. Und da habe ich also in dem Fall hier 81,3%. Nur damit Sie jetzt mal so einen Eindruck bekommen. Also das ist jetzt ein Motor. Sie sehen die Leistungsgrößen. Das sind hier so ein paar kW. Und da sind wir hier so im Bereich von ein bisschen über 80 Prozent unterwegs. Cosinus Phi ist noch ganz interessant. Der ist 0,84. Cosinus Phi sagt eben aus, wie die Relation zwischen Wirk- und Blindleistung ist. Und das hat dann eben was damit zu tun, auch wie viel Blindleistung Sie benötigen, um diesen Motor zu betreiben. Das ist aber dann nochmal ein eigenes Seminar. Darauf werde ich jetzt erstmal nicht eingehen. So, was noch wichtig ist, ist hier der Nennstrom. Und den sehen wir jetzt hier zum Beispiel in dem Fall bei 3,15 Ampere. Also das heißt, hier wissen Sie dann auch, wie Sie alles drumherum auslegen müssen. Oder auch, wenn Sie dann einen Umrichter dafür haben wollen, welchen Strom dieser Umrichter dann auch erzeugen muss in dem Fall. Dann haben wir hier noch was ganz Interessantes. Das ist hier die Relation zwischen Anlaufmoment und Nennmoment. Und hier sehen Sie also auch schon, das ist jetzt anders als in dem Bild, was ich hatte. Und ich gehe nochmal zurück. Hier sehen Sie, das ist Anlaufmoment und das ist Nennmoment. Und hier in dem Bild ist das Nennmoment größer als das Anlaufmoment. Wenn wir jetzt hier nochmal reingucken, sind wir jetzt hier bei unserem Motor bei 2,7. Das heißt also, in dem Fall ist das Anlaufmoment deutlich größer als das Nennmoment, nämlich umfasst das Dreifache. Das heißt also, dieser Motor ist wirklich geeignet, dass Sie den mit einer relativ großen Last anlaufen lassen können. Das ist also wirklich auch so, dass der eher dafür gedacht ist, Anlauf mit großer Last und dann eben im Nennbetrieb, also wenn man ihn eben dann dauerhaft laufen lässt, dass die Last dann eben auch reduziert ist. Was hier noch interessant ist, auch für die Auswahl der externen Komponenten, ist hier also die Relation zwischen dem Anlaufstrom und dem Nennstrom. Das ist was sehr Wichtiges zu berücksichtigen, weil Sie müssen dem ja im Anlaufpunkt irgendwie genug Strom zur Verfügung stellen. Und wenn dann also Ihre Peripherie eben das nicht kann, dann läuft der auch überhaupt nicht an. Und hier sehen Sie zum Beispiel, der hat hier fast den siebenfachen Nennstrom im Anlaufpunkt. Also das ist wirklich was, muss man unbedingt betrachten. Komme ich nachher auch nochmal zu, was sich da verändert, wenn wir einen Frequenzumrichter nehmen. Das ist jetzt eben hart am Netz anlaufen und dann hat er etwa den siebenfachen Anlaufstrom. Und ich hatte das einmal, hat mich, mein Partner, der hatte irgendwie so ein Projekt mit einem Motor und hat mich gefragt, hey, ich habe da so ein Problem. Wir haben so einen Motor, den wir testen wollen und irgendwie läuft der nicht an. Irgendwas stimmt da mit der Versorgung nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, zeig mir mal das Datenblatt. Und das war dann ein Motor, der hatte den zwölffachen Anlaufstrom. Und dann habe ich gesagt, naja, also das wundert mich jetzt nicht. Ihr müsst da jetzt was machen und zwar so ein Softstarter anwenden oder eben mit einem FU das machen. Und dann läuft der auch an. Aber das war eben alles überhaupt nicht auf diese hohen Ströme ausgelegt. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Sie sehen jetzt, bei mir scheint gerade die Sonne rein. Ich versuche mich hier so ein bisschen wegzuducken, weil sonst sehe ich nichts mehr. Ich hoffe, dass Sie mich noch sehen können dann soweit. So, dann haben wir hier noch, das ist das Kippmoment bezogen aufs Nennmoment. Sehen Sie, das ist jetzt hier auch das 3,6-fache. Also der ist relativ gut überlastbar. Das ist also die Aussage. Jetzt haben Sie gelernt, wie man so einen Katalog liest. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, gehe ich aber nachher noch drauf ein. Was ich Ihnen jetzt auf alle Fälle mitgeben möchte, ist, dass Sie unbedingt darauf achten müssen, in welchem Lastbereich Sie einen Motor laufen lassen. Sie sehen also hier eine Grafik. Hier ist der Wirkungsgrad aufgetragen zwischen 0 und 100 Prozent. Und das hier ist der Teillastfaktor hier auf der rechten Achse. Das heißt, wenn wir hier auf 1 sind, dann sind wir eben bei der sogenannten Nennlast. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass es also die Last ist, die er dauerhaft eben aufbringen kann. Und jetzt sehen Sie hier zwei unterschiedliche Motoren. Der eine ist hier Baujahr 1970 und der andere 2005. Und hier sehen Sie schon, wo jetzt hier der Hase im Pfeffer liegt. Nämlich die Motoren sind in den Wirkungsgraden mittlerweile deutlich weiterentwickelt worden. Und das heißt also, per se sind die Wirkungsgrade mittlerweile deutlich höher. Und was Sie noch sehen, ist, dass im Teillastbereich, also ich sage jetzt mal hier, so ab 30 Prozent etwa, fallen diese Wirkungsgradkennlinien sehr, sehr stark ab. Also das heißt, wenn Sie einen Motor oder Sie haben einen Antrieb, Sie müssen irgendwas bewegen, irgendwas antreiben und Sie haben da jetzt einen Motor dran laufen, der zwei Nummern zu groß ist oder so, warum auch immer. Also ganz oft machen das Leute, die sich damit nicht so gut auskennen, sagen dann, naja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Ich mache den Motor also lieber ein oder zwei Nummern größer, dass der auch auf alle Fälle die Last auch schafft und auf keinen Fall stehen bleibt und da zuverlässig läuft und so weiter. So, das ist das total falsche Herangehen, weil ich habe ja schon gesagt, was das für Nachteile hat. Und hier sehen Sie, es hat also noch weitere Nachteile, weil nämlich, wenn wir in so einem extrem niedrigen Teillastbereich unterwegs sind, dann ist der Wirkungsgrad eben sehr, sehr gering und das ist wirklich erheblich, was das ausmacht. Und das heißt dann, Sie brauchen also sehr viel Strom, um den Motor zu betreiben. Der wird aber dann sehr warm, also der macht sehr viele Verluste. Das heißt, die müssen Sie ja auch wieder wegkühlen. Das ist also doppelt und dreifach schlecht, sowas zu machen. Also man sollte bei einem Motor eine Überdimensionierung, wenn es irgendwie geht, immer vermeiden und nicht gerade das Machen, weil man denkt, naja, dann funktioniert er besser. Das ist eben nicht so. Ich habe übrigens hier meine Quelle topmotors.ch, die kommt jetzt sehr oft neben Siemens. Kann ich Ihnen also empfehlen. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine Homepage, die also auch von der Schweizer Regierung gesponsert wird. Und die machen also auch noch Seminare und so weiter. Also wenn Sie da noch weiterführende Infos haben, kann ich Ihnen also raten, sich da mal umzuschauen. Da habe ich auch einige Beispiele, die ist wirklich ganz toll gemacht. Kann ich empfehlen. So, jetzt habe ich gerade gesagt, also wie ist das, wenn die Sachen überdimensioniert sind. Ist also nicht gut. Und so, wie erkenne ich? Ja, ja, genau. Da kam jetzt gerade die Frage, wie erkenne ich das im Feld? Also Sie können schon mal eine Indikation haben, eben indem Sie mal gucken, wie heiß er wird. Also wenn er sehr, sehr kalt wird, dann ist er meistens überdimensioniert, weil er dann also wahnsinnig viele Reserven hat. Aber ansonsten hilft es eigentlich wirklich nur, eine Messung zu machen. Und ich zeige Ihnen auch gleich dann noch ein Beispiel, wie so eine Messung aussieht. Also das ist jetzt relativ einfach gemacht. Das kostet auch nicht viel Geld. So, das ist jetzt auch von Top Motors. Die haben also ein Forschungsprojekt gehabt und haben da eben sehr, sehr viele Motoren vermessen. Das sind also hier über 100, die Sie hier gemessen haben in verschiedenen Betrieben. Und Sie sehen hier, also ob man jetzt den Median oder den Mittelwert nimmt, ist eigentlich wurscht. Die sind irgendwo hier zwischen, die meisten liegen irgendwie zwischen 20 und 70 kW. Das sind so die typischen Größen. Und Sie sehen, der mittlere Lastfaktor ist irgendwo im Bereich bei, ja, zwischen 50 und 60 Prozent. Und daran sieht man schon wirklich, die meisten Motoren sind wirklich überdimensioniert. Also 50 Prozent ist schon echt wahnsinnig viel. Und da können Sie also richtig viel einsparen, wenn Sie da den richtigen Motor dann einsetzen. Das ist wirklich eine ganz, ganz einfache Möglichkeit, da Energie und damit auch Geld zu sparen. Und die Motoren sind auch oft gar nicht so teuer, das auszutauschen. Amortisiert sich oft auch in, ja, ein, zwei, drei Jahren oder so. Es geht oft relativ schnell, kommt halt darauf an, in welchem Bereich wir hier sind. Ja, hier noch ein Hinweis, wo ich jetzt hier noch was aus so einem Datenblatt rausgezogen habe. Also es geht jetzt auch um die thermischen Reserven. Ich habe ja schon öfter jetzt mal davon geredet, wenn er heiß wird oder wenn er nicht heiß wird. Also einen Motor sollte man natürlich immer schon aufpassen, dass er nicht zu heiß wird, weil er sonst wirklich kaputt geht. Aber generell hat er schon eine ganze Menge thermische Reserven. Also das Ziel ist, man sollte immer den kleinstmöglichen Motor auswählen, der irgendwie für so eine Anlage geeignet ist. Und da lohnt es sich auch, mal bei unterschiedlichen Herstellern zu gucken, weil eben die Staffelung von Motoren bei den Herstellern eben unterschiedlich ist. Und das habe ich dann, als ich bei Siemens gearbeitet habe, eben auch immer wieder festgestellt, dass wir sozusagen im eigenen Programm, bei den Motoren war es nicht ganz so schlimm, aber bei den Umrichtern, dann war es ganz extrem blöd, hatten wir einfach nicht so viel Auswahl. Das heißt, man konnte das also nicht so genau dann auswählen. Und da lohnt es sich wirklich, bei verschiedenen Herstellern mal zu gucken, was die für eine Staffelung an Drehzeit-Drehmomentpaarungen dann haben. Und dann eben das Richtige auszuwählen. So, also was bedeutet das, wenn ich einen sehr kleinen Motor einsetzen kann? Ich habe dann eine hohe Effizienz. Ich bin also nicht in diesem niedrigen Teillastbetrieb, sondern ich bin in einem höheren Lastbereich. Ich habe also sozusagen die maximalen Wirkungsgrade dann direkt beim Motor. Ich habe geringe Investitionskosten, weil ich habe ja den kleinsten Motor genommen, der möglich ist. Der kostet natürlich dann auch weniger, auch für meine Ersatzteilhaltung. Ich habe einen geringeren Platzverbrauch, was in vielen Anlagen ja oft ein Problem ist. Ich habe das damals in der Papierindustrie gesehen. Das ist alles immer so brutal eng dort. Also wenn Sie wenig Platz haben, ist das auch wirklich, denke ich, eine große Motivation, da lieber einen kleinen Motor zu nehmen als einen größeren. Natürlich hat man auch weniger Material, also Ressourcen. Ich brauche also weniger Kupfer, weniger Eisen und so weiter, ist also auch noch, soll ich sagen, nachhaltig umweltfreundlich. Und was noch dazu kommt, ist, dass so ein Motor, wenn er wirklich im Bereich seiner Nennlast betrieben wird, einfach auch noch besser regelbar ist. Also das sind alles eigentlich nur Vorteile, die ich davon habe. So, jetzt sage ich, man muss aufpassen, dass er nicht zu heiß wird. Und an der Stelle möchte ich Ihnen gerne mal die Wärmeklassen näher bringen. Das gibt also hier verschiedene. Es gibt 130b, 155f und 180h. Das ist hier leider so ein bisschen verschoben, aber ich glaube, Sie können das verstehen, dass das also immer hier zu dem dazugehört. Hier stehen ja auch die Zahlen hier oben nochmal. Und diese Zahlen, die bedeuten also, das ist die sogenannte Grenztemperatur in Grad Celsius für den heißesten Punkt in der Wicklung. Also sprich, ein Motor, der nach Wärmeklasse B ausgelegt ist oder gebaut ist, da geht es um die Komponenten, um die Isoliermaterialien und so weiter, der kann also am heißesten Punkt in der Wicklung 130 Grad Celsius ab und zwar dauerhaft. Also das geht dafür ist er gemacht. Einer mit Wärmeklasse F kann 155 und H kann 180, wobei ich hatte noch nie einen, der 180 hatte. Also üblicher, also meistens können die die 155 Grad. Wie kommt das zustande? Also man hat die Umgebungstemperatur oder hier heißt es Kühlmitteltemperatur. Das ist quasi die Umgebungsluft. Also so ist ein Motor darauf ausgelegt, dass er in einer Umgebung von 40 Grad problemlos laufen kann. Und ganz oft hat man ja keine 40 Grad, sondern es ist ja oft nicht ganz so warm in so einer Produktionsanlage. Also hat man hier schon im Prinzip die ersten Reserven drin. Dann hat man hier die sogenannte Grenzübertemperatur. Das ist also die Erwärmung, die jetzt zulässig ist, sozusagen draufschlagen auf die Kühlmitteltemperatur, auf die Umgebung. Und dann habe ich hier nochmal so ein kleines Ding frei und das ist schon die erste Reserve, die der hat. Also man kann Motoren sehr heiß werden lassen. Das kann wirklich so heiß sein, dass man sich die Finger dran verbrennt, wenn man die angreift. Und es ist trotzdem okay. Also die können relativ viel ab, aber darüber sollte man sie dann nicht belasten, weil sonst einfach die Materialien dann kaputt gehen. Und dann fängt sie irgendwann fürchterlich an zu stinken und dann ist er kaputt und dreht sich nicht mehr. Das wäre dann schade drum. So, also hier ist die eine thermische Reserve hier in diesem einen Abstand. Dann ist natürlich auch noch eine bei der Kühlmitteltemperatur, weil wir nicht immer 40 Grad Umgebungstemperatur haben. Und dann habe ich Ihnen hier nochmal den Auszug aus dem Motorenkatalog gebracht. Da steht nämlich jetzt Isolierung, thermische Klasse 155, Wärme Klasse 11, Ausnutzung gemäß thermischer Klasse 130, Wärme Klasse B. Also das heißt, der Motor ist so gebaut mit seinen Materialien, dass er also 155 Grad abhaben kann, dauerhaft. Und die Daten, die im Motorenkatalog stehen, sind aber so gemacht, dass er also nur maximal 130 Grad heiß wird. Also auch hier ist noch eine thermische Reserve enthalten. Jetzt muss ich dazu sagen, wenn Sie einen Motor mit Umrichter betreiben, dann dürfen Sie diese Reserve nicht mit einkalkulieren, weil die wird da schon ausgenutzt sozusagen durch die Oberschwingungen, die also durch den Umrichterbetrieb eingekoppelt werden. Das zeige ich Ihnen gleich, was das ist, wo das herkommt. Da wird also zusätzlich ein bisschen Wärme erzeugt, sodass er das auch braucht. Aber wenn Sie einen Motor jetzt hart am Netz laufen lassen und keinen Umrichter dazwischen haben, dann haben Sie hier noch eine zusätzliche thermische Reserve. Also deswegen können Sie sich ruhig trauen, einen Motor auch wirklich so klein wie möglich zu nutzen, weil er wirklich einfach noch Reserven hat und nicht sofort irgendwie kaputt geht. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt sozusagen, also die Hocheffizienzmotoren zu nutzen. Und da habe ich Ihnen jetzt mal so einen Überblick gebracht, also warum sollte man denn jetzt möglichst effizienten Motoren nehmen. Und hier sehen Sie jetzt die Lifecycle-Kosten aufgetragen für unterschiedliche Motoren. Hier sehen Sie, ist die Bemessungsleistung, das ist jetzt ein kleiner Motor, 1,5 kW. Hier der hat 15 und der 110. Hier oben steht die statistische Motorlebensdauer in Jahren. Und hier ist jetzt jeweils aufgetröselt der Kaufpreis, die Installations- und Wartungskosten und die Energiekosten über die Lebensdauer. Und wie Sie jetzt schon direkt sehen können, ist der größte Anteil bei den Energiekosten über die Lebensdauer, was natürlich auch irgendwo logisch ist. Das heißt also, Sie können getrost ein paar Euro mehr für so einen Motor ausgeben. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Das wird ja gerade immer noch schlimmer, weil ja die Stromkosten immer größer werden. Also hier übrigens lohnt sich mittlerweile wirklich der Einsatz von PV auf dem Dach, weil das deutlich billiger ist mittlerweile als Strom zu kaufen. Aber das nur am Rande. Also Sie haben hier wirklich der größte Anteil von den Kosten eines Motors sind die Energiekosten über die Lebensdauer. Deswegen sollte man also wirklich gucken, dass ein Motor möglichst effizient läuft. So, jetzt gibt es hier verschiedene Wirkungsgrade. Und das fängt eben an bei IE1. Das sind typischerweise relativ alte Motoren, ist auch mittlerweile in der EU gar nicht mehr zugelassen, die als irgendwie Standalone-Motoren zu verkaufen. Auch IE2 ist eigentlich schon gar nicht mehr zugelassen. Dann gibt es noch IE3 und IE4. Also je größer die Zahl, desto höher die Effizienz, was Sie eben auch hier sehen. Das ist jetzt aufgetragen, hier die mechanische Leistung von einem Motor in einem logarithmischen Maßstab und hier eben der Wirkungsgrad. Und Sie sehen, hier ist die Null unterdrückt. Also muss man sagen, das geht hier jetzt nicht so steil runter, sondern hier sind wir bei 50 Grad fängt es hier an. 50 Prozent, Entschuldigung. So, aber Sie sehen also bei jeder Stufe, also bei jeder Klasse, die wir höher gehen, ist also eine deutliche Wirkungsgradsteigerung drin. Und zwar wirklich über den gesamten Verlauf des Motors. Und wenn wir jetzt hier zu ganz großen Motoren gehen, dann geben die sich nicht mehr sehr viel, weil man einfach bei großen Motoren auch viel, viel einfacher diese Effizienz erreichen kann, weil da einfach, da ist viel mehr Platz im Motor, also man hat viel mehr Raum, den man nutzen kann für Effizienzmaßnahmen. Dann kommt es da auch wirklich nicht mehr drauf an, weil der Motor selber einfach schon relativ teuer ist. Und dann kann man ihn auch richtig, richtig effizient machen. Also die werden normalerweise auch nur nach Anfrage ausgelegt. Und da haben Sie dann wirklich einen passgenauen Motor, der super hohe Effizienzen hat. Schauen wir uns jetzt mal die Statistik an. Das ist also auch wieder eine Umfrage gewesen von Top Motors. Die haben also hier eine Stichprobe von über 4000 Motoren. Und das ist schon echt viel. Und da sehen Sie jetzt also hier das Alter der Motoren im Jahre. Und hier ist eben die Leistung wieder logarithmisch aufgetragen. Und hier hat man so mal die technische Lebensdauer in rot eingemalt. Und jetzt sehen Sie eben, wie viele Motoren hier oben drüber liegen. Also sprich, die die technische Lebensdauer schon überschritten haben. Und daran sehen Sie, oder was bedeutet das, woran liegt das? Also A, gibt es Motoren, wenn die nicht so stark belastet werden, dann leben die einfach auch viel länger als ihre technische Lebensdauer. Es sind ja nicht alle Motoren, die rund um die Uhr laufen. Und B, ist es immer noch oft der Fall, dass in Firmen die Motoren, wenn es kaputt geht, dann einfach selber wieder repariert werden. Weil man kann Motoren relativ gut wieder reparieren. Ich habe sowas auch mal gemacht, habe das gelernt. Also insofern ergeben sich dann auch sehr, sehr hohe Lebensaltern der Motoren. Das Problem ist nur, wenn Sie so einen Motor reparieren, kriegen Sie den ganz oft nicht mehr in dem hohen Wirkungsgrad hin, wie der mal ursprünglich gemacht war. Also da verlieren Sie was. Und ja, wenn Sie einfach einen sehr, sehr alten Motor haben, ist es einfach oft der Fall, dass der Motor in einer sehr, sehr niedrigen Wirkungsgradklasse ist, weil er ja schon sehr alt ist. Und damals hat man eben diese hohen Wirkungsgrade noch nicht erreicht. Das heißt also, man sollte sich das wirklich zweimal überlegen, ob man einen Motor eben deutlich über seine technische Lebensdauer in dem System drin lässt. Also das kann man ja dann rechnen. Im Einzelfall kann man eben mal gucken, wie viel Effizienzgewinn hätte ich denn, wenn ich einen neuen Motor da einbauen würde. Und wie lange dauert es, bis sich sowas amortisiert? Also ich bin kein Freund davon, Sachen wegzuschmeißen. Aber jetzt bei den Motoren ist es wirklich eine Sache, die man sich ganz genau überlegen sollte. Weil A, so ein Motor ist super recycelbar. Also da sind ja quasi die Komponenten, das kann man relativ gut wieder Sortenreihen trennen, kann das also wieder dann neue Motoren draus machen. Insofern haben sie jetzt nicht viel Müll produziert, wenn sie einen aussortieren. Und dann ist es halt einfach wirklich die Energie, die so ein Motor dann braucht während des Betriebs. Das wäre wirklich schade drum, wenn man da also nicht ein bisschen höhere Effizienzen hätte. Also das ist wirklich eine Abwägungssache. Aber ich würde es Ihnen wirklich ans Herz legen. Checken Sie Ihren Motorbestand. Schauen Sie, wie alt sind die? Welche Wirkungsgrade haben die? Das steht auch üblicherweise auf dem Typenschild dann drauf. Und dann können sie das abwägen. Ja, hier kommt also jetzt mal ein richtiges Beispiel. Das ist jetzt von Birrmaschinen aus der Schweiz. Die haben also sowas genau gemacht. Das heißt, die haben hier so einen Kompressor gehabt. Kompressoranlage war ja 66, also schon ein bisschen älter. Der bestehende Antrieb. Und das sehen Sie, der hatte 295 kW, achtpoliger Asynchronmotor. Also einen langsamen Läufer sozusagen. Der hat 750 Umdrehungen im Synchronpunkt. Und man hat also dann den Leistungsbedarf ermittelt. Das sehen Sie hier. Das ist hier eine Messung, die man da gemacht hat. Und das können Sie jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Aber es steht hier, der hat eine mittlere Leistungsaufnahme von 218 kW. Also das heißt, der Motor war schon, ich sage mal, relativ gut dimensioniert auf die Last. Aber ist eben jetzt sehr, sehr alt. Und er hat also jetzt hier, kann man sehen, der hat während der Messdauer eben, hier 300 Stunden hat man gemessen, 73 Megawattstunden gebraucht. Das ist schon ordentlich. Und der Wirkungsgrad, hier sehen Sie IE0. Also das ist wirklich schon ein ganz altes Ding, 92,8 Prozent. Und die berechnete Wellenleistung 202 kW. So, jetzt hat man also diesen Motor ausgetauscht. Der neue ist jetzt ein 315 kW geworden. Sie sehen, der ist sogar leicht größer geworden. Das kann jetzt an der Stückelung bei ABB liegen. Oder es kann einfach daran liegen, dass der jetzt halt genau gepasst hat. So, der läuft also, der neue läuft jetzt also mit einer Wellenleistung von 202 kW. Was also 64 Prozent entspricht. Also man hat den jetzt schon ein bisschen mehr in den Teillastbereich getrieben. Aber das ist so, dass mittlerweile bei den neuen Motoren auch so bei, ja, so 50, 60 Prozent sind eigentlich immer noch sehr, sehr, oder das sind die größten Wirkungsgrade. Also man hat die wirklich auf den Teillastbereich optimiert mittlerweile. So, und jetzt hat man heute einen Jahresverbrauch von 1,25 Gigawattstunden. Wirkungsgrad hat sich also verbessert um, naja, noch nicht mal ganz drei Prozentpunkte. Aber das hat es schon echt gebracht. Und die haben jetzt also eine jährliche Einsparung von hier insgesamt ungefähr 34 Megawattstunden pro Jahr. Und jetzt habe ich mal gerechnet, wie viel das in Euro ist. Da wird es mal 20 Cent pro Kilowattstunde angenommen. Man hat ja bei solchen Verbräuchen dann eher ein bisschen günstiger einen Stroh. Vielleicht hat man auch auf 15 oder so. So, dann sind wir bei fast 7000 Euro pro Jahr, die ich einspare. Und das halt jedes Jahr. Und gut, so ein Motor, 300 kW, der wird jetzt auch einige tausend Euro gekostet haben. Das haben die jetzt hier nicht geschrieben. Aber ich würde jetzt mal schätzen, dass der sich in zwei Jahren, wahrscheinlich zwei oder drei Jahren hat, der sich wahrscheinlich auch mortisiert. Kommt also immer ein bisschen drauf an, wie viel Geld man jetzt wirklich für die Kilowattstunde zahlt. Und das ist jetzt schon mal eine ordentliche Geschichte, weil man dann einfach auch weniger Energie aus den Kraftwerken produzieren muss für diesen Motor. So, und jetzt auch noch mal ein bisschen zurück zu der Frage von vorhin. Wie kann man jetzt Einsparpotenziale finden? Genau so. Das ist jetzt ein Beispiel, wie so eine Messung aussieht. Sie sehen also hier die Zeit der Messung. Hier ist also jetzt die Leistungsaufnahme in kW gezeigt. Und hier hat man jetzt also auch gezeigt, wo ist denn die 100 Prozent und so weiter, dass man auch so ein bisschen sieht, mit wie viel Prozent der denn hier läuft. Und Sie sehen also jetzt hier, das ist jetzt hier Aufnahme, das Gezappel hier, ist also jetzt hier die Leistung. Dann geht die hier runter, das heißt, der wird ausgeschaltet und ist auf Null. Und hier ist noch mal der Anlauf, ist also mal extra aufgeschrieben. Hier sehen Sie, dass der also gegen irgendein System jetzt anläuft, was er jetzt erst mal beschleunigen muss. Dann bricht es hier kurz ein und dann geht er hier wieder auf seine Nennleistung drauf. Das könnte aber auch das eigene Trägheitsmoment sein, sehe ich gerade, sonst würde es ein bisschen anders aussehen. Okay, so und was haben wir jetzt also? Wir haben eine mittlere Leistungsaufnahme hier in dem Fall von 22,5 kW, was etwa 38 Prozent entspricht. Weil es ist ein Motor, der hat also 55 kW mechanisch und 58,4 kW elektrisch. Also das bei einem Motor ist immer so elektrisch leistungsnatürlich immer größer als die mechanische, weil es geht ja unterwegs was verloren. Also das heißt, dieser Motor ist massiv überdimensioniert und in so einem Fall wird es sich wirklich lohnen. Und Sie sehen, also man muss da einfach ein Messgerät dranhängen. Also wir haben übrigens sowas, können Sie bei uns auch bekommen, so eine Messung. Das ist jetzt hier eine halbe Stunde, hängt das jetzt dran. Natürlich macht es natürlich mehr Sinn, dass man vielleicht über mehrere Tage misst, also auch mal so einen kompletten Wochenlauf durchmacht. Es kommt halt immer darauf an, wie der Motor jetzt wirklich genutzt und betrieben wird. Und das weiß man ja normalerweise, wie die Fertigung funktioniert. Und dann kann man also ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger messen und dann sieht man eben genau, ist der jetzt richtig dimensioniert oder nicht. Also so können Sie es machen und dann können Sie eben überlegen, macht das jetzt Sinn, den Motor auszutauschen. Also bei dem wird es jetzt schon Sinn machen, von energetischer Seite diesen Motor auszutauschen, weil er einfach wirklich absolut überdimensioniert ist. Ja, jetzt habe ich eine knappe Stunde geredet, würde ich sagen, wir machen jetzt mal eine Pause, damit Sie sich irgendwie einen frischen Kaffee holen können, irgendwie nochmal kurz im Kreis laufen oder sowas, weil ich weiß, dass irgendwann kann man nichts mehr aufnehmen. Ja, Herr Diffenhardt, was machen wir? Zehn Minuten? Ja, können wir doch schön machen. Fangen wir zehn nach zehn wieder an? Genau. Zehn nach zehn machen wir weiter und dann kommen die anderen Themen dran. Dann schöne Pause und bis gleich dann. So, jetzt sind wir wieder da. Es ist zehn nach zehn. Es kam gerade noch eine Frage im Chat, das Problem in bestehende Prozesse einzugreifen. Ja, das ist ein Problem. Sehe ich genauso. Also als erstes würde ich mir wirklich den Prozess genau angucken, analysieren, was da jetzt wirklich passiert und welche Möglichkeiten es gibt. Also ich würde es wirklich erstmal analysieren, berechnen, messen und dann muss man halt entscheiden, ob man sich traut, in so einen Prozess einzugreifen oder nicht. Also es ist auch schwierig, wenn man, sag mal, Maschinen hat, die man so komplett gekauft hat und da sind jetzt irgendwelche Antriebe dabei, die da nicht mehr gut funktionieren oder die sehr viel Energie brauchen. Da kann man eben auch mal mit dem Hersteller reden, ob der sich das angucken kann. Also das ist wirklich im Einzelfall, muss man das einfach abwägen. Also wir können da auch gerne unterstützen, aber da gibt es jetzt einfach kein Pauschalrezept. Okay, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich hoffe, es sind alle wieder gut zurück und haben ihren Kaffee und sind gestärkt und jetzt wieder aufnahmefähig. Jetzt kommen wir zum Thema Einsatz von Frequenzumrichtern. Ich habe ja vorhin gesagt, dass das eben eine Möglichkeit wäre und die möchte ich jetzt mal vorstellen. Und jetzt schauen wir uns erst mal nochmal die Statistik an. Das ist also diese Auswertung von Top Motors. Die haben nämlich auch geguckt, welche Motoren laufen denn mit und welche ohne FU. Und das sind eben in dieser ganzen Masse von über 4000 Motoren sind es gerade mal 20 Prozent gewesen mit Frequenzumrichter. Und das ist nicht plausibel, dass es da nicht noch Möglichkeiten gibt, weil die Anwendung, wo man so einen Motor hat, am Netz laufen lässt, wo es wirklich Sinn macht und wo der FU sich nicht lohnt, sind doch relativ wenige, also relativ gering. Deswegen man könnte, also man kann da wirklich deutlich öfter mit FU arbeiten und das macht eben dann auch sehr viel Sinn und spart auch nochmal eine ganze Menge Energie. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf. Erst mal, was ist so ein Frequenzumrichter? Wie funktioniert der? Also das ist jetzt hier so das Theoretischste, was ich dabei habe. Aber ich glaube, man kann sich das nach und nach angucken. Dann verstehen Sie das auch. Also hier haben wir auf der linken Seite das Energieversorgungsnetz. Das ist jetzt hier dargestellt mit drei Spannungsquellen, mit drei Wechselspannungsquellen. Das sind eben die drei Phasen. So, dann geht das jetzt hier, hier dieses leicht gestrichelte drumherum. Das ist der Kasten sozusagen von diesem Frequenzumrichter. Und da drin sind also jetzt drei Anteile, nämlich der sogenannte Gleichrichter, dann der Gleichspannungszwischenkreis und der Wechselrichter. Und Sie sehen hier schon, sind also unterschiedliche Komponenten verbaut. Und ich will ja gar nicht auf die Einzelnen eingehen. Was das im Endeffekt ist, das sind alles Schalter. Das schaltet einfach hin und her. Und das sieht man eben dann hier unten, was passiert. Aber hier erst mal zu Ende gedacht. Hier kommen jetzt wieder drei Phasen raus. Und hier hängt dann der Drehstrommotor hinten dran. So viel erst mal zu der Blackbox. Und was passiert jetzt also? Wir kriegen vom Netz hier eine relativ schöne sinusförmige Spannung in drei Phasen. Das ist hier dargestellt. Und wenn wir jetzt angucken, was hier mitten in diesem Umrichter passiert, nämlich über diesen großen Kondensator, der hier drin ist, der Gleichspannungszwischenkreis, dann sehen wir, dass das eben hier diese oberen Teile von diesen Sinuswellen sind, die man hier noch sieht. Also die werden, wie gesagt, ein- und ausgeschaltet. Und so ergibt sich dann dieses Muster, positiv und negativ. Und das hier ist eben die sogenannte Zwischenkreisspannung. Das ist eine Gleichspannung, weil sie eben keinen Nulldurchgang hat. Und was jetzt hier hinten rauskommt, das ist jetzt auch nochmal ganz krass. Hier wird nämlich jetzt gepulst und zwar von dieser Gleichspannung werden jetzt verschieden lange Spannungsblöcke sozusagen freigeschaltet auf diesen Motor drauf direkt. Also das ist direkt die Spannung, die der Motor sieht. Das sind so Blöcke. Und Sie sehen, die sind in unterschiedlichen Zeitlängen. Das sind jetzt erstmal Blöcke sozusagen mit positiver Gleichspannung und hier jetzt mit negativer Gleichspannung. Und wenn Sie sich jetzt mal vorstellen, das Ganze zu integrieren und dann kommt da etwa ein Sinus raus. Und das sieht man auch hier am Motorstrom, weil nämlich in diesem Drehstrommotor sind ja Spulen, also Induktivitäten drin. Und also da wird eben im Prinzip genau diese Integration, die passiert da automatisch. Und da sehen Sie, das ist jetzt hier so ein Verlauf, der ist so annähernd sinusförmig. Das ist also wirklich auch so dieses Charakteristikum von so einem Frequenzumrichter. Also er macht aus einer wunderschönen sinusförmigen dreiphasigen Spannung, macht er sowas hier in so Blöcken. Und wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken, das ist jetzt auch eine Messung. Das ist eben eine Leiter-Leiter-Spannung am Motor gemessen und der Motorstrom. Und das ist jetzt eine bestimmte Regelart, die man hier angewendet hat. Also hier sehen Sie es nochmal, da sind jetzt wieder diese Spannungsblöcke im Positiven und im Negativen. Und das ist eben dieses Gezappel hier. Das ist das, was der Strom dann ist, der wirklich durch den Motor durchfließt. Und jetzt können Sie sich vorstellen, das ist jetzt nicht ganz so optimal für so einen Motor. Also der hätte natürlich viel lieber eine sinusförmige Spannung und einen sinusförmigen Strom und dann würde er auch perfekt funktionieren. Aber das muss man sich halt einkaufen. Also dafür haben wir halt die Möglichkeit, mit solchen Frequenzumrichtern, also vor allem die Frequenz eben ganz stark zu modulieren und damit den Motor eben sehr, sehr flexibel zu machen. Und das erkaufen wir uns damit, dass wir hier uns höhere harmonische, also Oberschwingungen in Strom- und Spannungsverlauf reinholen. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch wenn wir Motoren mit Umrichter betreiben, dass die Motoren entsprechend dafür ausgelegt sind. Also das heißt, das können Sie eigentlich fast vergessen, wenn Sie wirklich einen ganz alten Motor haben und Sie hängen da ein FU dran, dann wird er wahrscheinlich Probleme kriegen, weil er für diese Spannungsspitzen nicht gemacht ist. Und er auch mit diesen harmonischen da wahrscheinlich dann interne Probleme kriegen wird. Das heißt, er wird dann erhöhte Verluste haben, wird möglicherweise irgendwelche Momente noch erzeugen, die er eigentlich gar nicht machen soll. Also da muss man dann sehr, sehr aufpassen, muss da mit Filtern arbeiten. Das ist da ganz wichtig. Also wenn Sie sich entscheiden sollten, dass Sie aus einem alten, also einem alten Motor mit einem Frequenzumrichter betreiben wollen, dann holen Sie sich einen Spezialisten, der Ihnen auch die entsprechenden Filter dann noch mit dazu auslegt. Das ist ganz, ganz wichtig zu beachten. So, jetzt schauen wir uns mal an, was hat denn so ein Umrichter für einen Wirkungsgrad? Und da sehen wir jetzt, auch hier wieder ist die Null unterdrückt, sehen Sie, also es fängt ja bei 70 Prozent an und hier ist, hier der Geringste ist so bei 80 und geht dann eben hoch bis 98 in der Größenordnung. Also das heißt, Umrichterwirkungsgrade sind also wirklich bis in die hohen 90er Prozent eigentlich Standard, also so 96, 97, 98 Prozent in dem Bereich sind die normalerweise. Das ist jetzt eben ein spezieller Typ von Siemens und hier ist eben aufgetragen, jetzt hier die Prozente von Ausgangsstrom oder Drehmoment. Also im Prinzip ist das jetzt wieder so ein Lastfaktor und Sie sehen also auch hier, bei Teillast geht der runter. Ist also ganz ähnlich wie beim Motor, nicht ganz so krass wie beim Motor, aber es ist da auch ähnlich. Also auch beim Umrichter sollte man gucken, dass der ordentlich ausgelegt ist. Ja, jetzt habe ich Ihnen auch hier mal einen Katalog mitgebracht für den Umrichter, dass Sie da auch mal sehen, was gibt es denn da zu beachten. Das ist jetzt eben so, also als erstes steht hier mal die Netzspannung. Der hat also einen Bereich hier zwischen 380 und 480 Volt, in dem Sie ihn mit seinen Nenndaten betreiben können. Und hier ist eben gezeigt, was hat er für einen Ausgangsstrom bei dreiphasiger Einspeisung mit 400 Volt, also verkettete Spannung ist das von Leiter zu Leiter. Und da haben wir jetzt hier den Bemessungsstrom und hier sehen Sie jetzt, das sind kleine Umrichter, 1,8 Ampere, 2,3 und so weiter. Das sind hier verschiedene Typen, die jetzt also nach rechts gezeigt sind. Dann gibt es hier so zwei Grundlastströme. Um das zu verstehen, müsste man ins Datenblatt nochmal reingucken, weil da ist ein bestimmtes Lastspiel hinterlegt, was also im Katalog von diesem Motor eben definiert ist. Und Sie sehen hier auch die Werte, die unterscheiden sich jetzt so ein bisschen zum Nennstrom. Also wenn Sie jetzt wirklich eine reine Auswahl machen, Motor mit Umrichter, kein besonderes Lastspiel, Dauerbetrieb, dann gehen Sie immer nach Bemessungsstrom. Da ist es eben jetzt wichtig, dass der Umrichter wirklich alle Ströme erzeugen kann, die der Motor auch wirklich braucht. Also das heißt, Sie müssen sich überlegen, wie wird der Motor betrieben, welchen Strom wird der Motor brauchen, um seinen Lastmoment eben anzutreiben. Und diesen Strom sollte der Umrichter dann auch dauerhaft zur Verfügung stellen können. Also dann schaut mal hier beim Bemessungsstrom danach. Sie sehen auch hier gibt es einen Maximalstrom. Der ist jetzt aber nicht so extrem wie beim Motor. Faktor, also da hatten wir ja ganz andere Stromzusammenhänge. Aber hier ist es ja so, dass der Umrichter, der produziert ja den Strom quasi und nicht im Drehmoment. Und das ist also hier deutlich weniger als das Doppelte von dem, was er dauerhaft kann. Und da sollten Sie darauf achten, dass das wirklich nur in Ausnahmefällen ist. Also sprich, wenn Sie zum Beispiel in Not ausmachen wollen und dann können Sie hier bis zum Maximalstrom gehen, aber dann auch nur ein paar Sekunden, weil Sie müssen wissen, so ein Umrichter ist sehr, sehr fragil und der ist sehr empfindlich auf zu hohe Ströme. Also der brennt Ihnen dann sonst relativ schnell durch. Also da sollte man nie dran gehen, wenn es irgendwie geht. Und diesen Wert kann er eben dauerhaft. So, dann ist hier noch die Leistung. Das ist jetzt nicht so wichtig. Hier auch die Wirkungsgrade sehen wir nochmal. Die haben jetzt alle hier so 97 Prozent. Was auch hier interessant ist, ist die Verlustleistung. Jetzt hier ist die bei Bemessungsstrom. Sie sehen also, das ist ein Motor, der hat also hier, der zum Beispiel, also nehmen wir mal den hier, der hat 1,1 kW an Bemessungsleistung und hat hier eine Verlustleistung von 0,049 kW. Also da sehen Sie direkt, was der auch an Verlusten hat. Und was man hier beachten muss bei einem Umrichter ist, der sollte ein bisschen geschützt aufgehängt werden. Also nicht direkt in die Produktion neben dem Motor, sondern die baut man normalerweise in Schaltanlagen ein, wo sie dann auch wirklich geschützt sind vor irgendwelchen Stäuben, was weiß ich, was da in der Produktion irgendwie rumfliegt. Und da muss man dann darauf achten, dass die auch eine ordentliche Belüftung haben, eine Kühlung. Die haben also auch einen Kühlluftbedarf, der ist hier auch beschrieben. Und also die können nicht so lange so viel Wärme ab. Also die altern dann, wenn sie zu warm werden und gehen dann also schneller kaputt. Das heißt, da sollte man also ganz stark darauf achten, bei Frequenzumrichtern, die so ein bisschen zu schützen. Die sind meistens in IP21 ausgeführt, also relativ schlecht geschützt. Deswegen muss man die dann auch in so einen Schaltschrank einbauen. Es gibt auch welche mit höherer Schutzklasse, die kosten aber dann üblicherweise auch mehr. Und da muss man dann also wirklich darauf achten, dass im Schaltschrank eine ordentliche Belüftung da ist, dass die Wärme, die Verlustwärme da auch wirklich raus kann. Und das habe ich eben einmal erlebt in meiner Praxiszeit, dass da hatten wir diesen Schaltschrank gebaut und da war so ein bisschen thermischer Kurzschluss, den wir da reingemacht haben. Das hatten wir vorher überhaupt nicht gemerkt, dass da einer ist. Oder ich sage mal, der Schaltanlagenbauer hat es dann irgendwie gebaut und hat den dann quasi da mit so einer Abdeckung reingebaut. Und dann wurden also die Umrichter immer heißer und heißer und es wird aber von der Steuerung überwacht. Und da sollte man also immer darauf achten, dass die nicht zu warm werden. Das ist ganz, ganz wichtig da. Hier habe ich Ihnen mal so ein Bildchen gebracht, was alles zu so einem System auch gehört, wenn man Motor und Umrichter haben möchte. Also hier oben ist die Energieversorgung. Das ist also dann die Einspeisung quasi. Dann hat man hier als erstes natürlich irgendwie eine Sicherung oder Leistungsschalter, je nachdem. Und dann kommt hier dann meistens eine Netztrossel, also die schon mal die erste Filterungsstufe darstellt. Und dann hat man eben hier diesen Umrichter. Der hat dann verschiedene Möglichkeiten an Bedienfeldern und so weiter. Also irgendwelche Human-Maschinen-Interfaces, man muss den ja auch betreiben oder ist halt an eine übergeordnete Steuerung angeschlossen. Und dann ist hier auch dann oft noch eine Ausgangstrossel dazwischen, um einfach den Motor auch vor diesen ganzen Spitzen, Spannungsspitzen und so weiter zu schützen. Und dann kommt der Motor hier unten. Also das ist schon eigentlich üblich, dass man hier nochmal Drosseln oder Filter auch einbaut. Wie gesagt, das ist eine Fallbetrachtung. Das muss man sich dann genau im Einzelfall anschauen. Und dann kann es sein, dass man hier vielleicht noch einen Bremswiderstand hat, weil möglicherweise dieser Umrichter nicht rückspeisefähig ist. Dann muss man hier irgendwelche Leistungen verbremsen. Also verheizen tut man das dann eben, wenn der Motor bremsen muss. Und man kann dann die Energie nicht zurückspeisen, das übergeordnete Netz. Dann braucht man sowas auch noch. Das ist jetzt nur mal als Beispiel, damit Sie auch mal gesehen haben, was da noch dazugehört. Also da gibt es da noch alle möglichen Filtertypen, Sinusfilter und DU-nach-DT-Filter und was es da noch alles gibt. Muss man also wirklich im Einzelfall angucken. Und das ist einfach sehr, sehr wichtig, vor allem, wenn Sie eine Kombination haben. Der Motor ist schon irgendwie in der Anlage drin. Den gibt es schon. Und Sie kaufen sich dann einfach einen Umrichter dazu, der vielleicht sogar noch von einem anderen Hersteller ist. Dann sind nämlich die nicht aufeinander abgestimmt. Und dann muss man wirklich darauf achten, dass man die passenden Filter hat, dass es den Motor dann nicht im Laufe der Zeit zerlegt. Also das könnte da schief gehen sonst. Also da muss man wirklich einfach darauf achten und sich eine Fachfirma holen, die einem das dann auch ordentlich die Komponenten auslegt, dass das dann auch wirklich funktioniert nachher. So, und jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, was der Umrichter Tolles kann. Ich habe Ihnen also hier nochmal die Kennlinie, kennen Sie ja schon von vorhin. Das ist also der Motor hart am Netz, Drehzahl-Drehmoment-Kennlinie der Asynchronmaschine. Und hier links sehen Sie jetzt angedeutet eine Kurven-Schar. Also im Prinzip ist hier diese Kennlinie hier, die sehen Sie hier jetzt ganz, ganz oft abgebildet. Also natürlich nicht komplett, fehlt immer hier ein Stück, aber so angedeutet. Also hier jetzt einmal diese etwas fette ist jetzt, entspricht jetzt etwa der hier. So, und das ist jetzt genau das, was dieser Umrichter schafft. Der kann nämlich diese Kennlinie sozusagen virtuell hin und her schieben hier. Über die Drehzahl oder auch, dass die Speisefrequenz hier, die sind proportional zusammen zueinander. Deswegen kann man die beide auf einer Achse auftragen. Das heißt also, diese Kennlinie wird durch Frequenzveränderung verschoben. Also hier haben wir im Hinterkopf, das ist bei 50 Hertz, bei unserer ganz normalen Speisefrequenz. Und wenn ich also jetzt hier die Speisefrequenz verändere, nämlich hier kleiner mache oder hier größer mache, dann kann ich die Kennlinie hin und her schieben. Was habe ich jetzt davon? Ich kann also jetzt zum Beispiel die Kennlinie so weit hier nach links schieben, dass ich zum Beispiel bei Drehzahl 0 mein Nennmoment habe oder sogar mein Kippmoment. Also Kippmoment ist hier oben, Nennmoment ist hier in der Mitte. Also das heißt, ich bin gar nicht darauf angewiesen, wie der Motor jetzt quasi designt ist, ob der jetzt ein besonders hohes Anlaufmoment hat oder nicht. Sondern ich kann hier im Prinzip komplett mit Nennmoment fahren. Und das Schöne dabei ist, dass dann auch die Ströme entsprechend gering sind. Wir haben normalerweise, wenn wir so einen Motor hart ans Netz schalten, dann hat er erst mal eine Stromspitze, weil er erst mal sehr viel Blindleistung braucht, um die Magnetfelder aufzubauen. Und dann kommt erst der Wirkleistungsanteil dazu, der ja dann eigentlich erst das Drehmoment macht. Und da haben wir im Anlaufpunkt, das hatten wir vorhin im Katalog schon gesehen, also da war es ja bis zum siebenfachen Nennstrom, was der an Anlaufstrom hatte. Und das ist dann das Typische, wenn Sie irgendwie Ihren Motoren hochfahren und es flackert dann alles, weil dann die Versorgung, die Spannung vom ganzen Betrieb irgendwie mal kurzzeitig zusammenbricht, weil eben so ein hoher Strom gezogen wird von den Motoren. Und das hat man eben hier dann nicht, sondern der läuft nicht nur dann mit Nennmoment, sondern auch mit Nennstrom, der ja auch deutlich geringer ist als der Anlaufstrom. Also das ist natürlich da eine ganz tolle Sache. Und Sie können dann also innerhalb des gesamten Bereichs von 0 bis zur Nenndrehzahl können Sie also mit Nennmoment diesen Motor betreiben. Ganz problemlos. Also Sie können jetzt im Prinzip alle möglichen Drehzahlen hier einstellen und das können Sie mit einem Motor hart am Netz nicht machen. Der wird sich einfach so also automatisch irgendwo einstellen bei einer Drehzahl. Das können Sie gar nicht, also gar nicht groß beeinflussen so. Aber hier können Sie es ganz genau einstellen. Und hier ist jetzt noch eine Möglichkeit, die ich aus Zeitgründen jetzt nicht so wahnsinnig vertiefen kann. Aber man kann einen Motor auch betreiben mit Drehzahlen, die größer sind als die Nenndrehzahl. Das geht halt auch nur mit Frequenzumrichter. Und da komme ich in den sogenannten Feldschwächbereich. Das erkläre ich jetzt nicht, warum das Feldschwächung ist. Aber wie Sie hier sehen, geht das Nennmoment hier runter. Das Kippmoment geht sogar quadratisch runter. Also Nenn einfach und Kipp quadratisch runter. Aber es gibt also Situationen, wo es Sinn macht, einen Motor in der Feldschwächung zu betreiben, weil es irgendwie die günstigste Lösung ist, die effizienteste Lösung, was auch immer. Also ich mache sowas, das mache ich in meiner Vorlesung mit meinen Studenten, dass ich denen zeige, wie kann man sowas auswählen, wie rechelt man sowas, was sind da die Unterschiede. Und ja, also das wollte ich eigentlich hier gerne auch machen. Aber da haben wir einfach heute leider die Zeit nicht zu. Aber ich kann das anbieten, wenn es interessiert. Ich kann mich sowas auch als Seminar mal anbieten, wie man sowas dann wirklich ganz, ganz konkret auswählt. So, also das wären jetzt die Vorteile der Nutzung des Frequenzumrichters. Und jetzt habe ich Ihnen auch nochmal ein paar Beispiele dazu mitgebracht. Was haben wir für Einsparpotenziale? Das hier ist jetzt ein Rohrnetz. Heißt also, der Motor muss jetzt irgendwie ein Medium beschleunigen zu einem bestimmten Volumenstrom. Sie sehen, hier ist der Volumenstrom aufgetragen. Das ist die Leistungsaufnahme. Und das hier wäre jetzt hier diese rote Kennlinie, wäre also die Leistungsaufnahme bei einer mechanischen Drosselung. Also sprich, der Motor läuft hart am Netz und man macht eben jetzt die Variation des Volumenstroms über eine Drosselung. Also ein Drossel in diesem Rohrnetz, die man jetzt irgendwie auf oder zu macht. Und das ist wirklich die totale Energieverschwendung. Und Sie sehen, der hat also hier doch relativ hohe Leistungsaufnahmen. Also auch bei sehr, sehr niedrigem Volumenstrom hat der noch eine recht hohe Leistungsaufnahme. Wenn wir jetzt einen Frequenzumrichter hier einsetzen, dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Ich habe dann also, ich muss ja da nicht mit dieser Drosselung arbeiten. Also das heißt, ich drossle jetzt nicht. Und in geschlossenen Systemen sinkt also die Leistungsaufnahme mit der dritten Potenz des Volumenstroms. Und wenn wir jetzt sagen, wir reduzieren also jetzt den Volumenstrom um 20 Prozent, dann haben wir eben hier diese dritte Potenz drin mit der 0,8 hoch 3. Das heißt also, die neue Leistung, mit der ich das jetzt also antreiben muss durch den Motor, wäre also jetzt nur noch weniger als die Hälfte von der alten Leistung. Und da sind wir jetzt hier genau an dem Punkt, die, Entschuldigung, hier sind wir, 75, 80, wo sind wir denn jetzt, um 20 Prozent Volumenstrom. Ja, also, muss man jetzt für jeden Punkt einzeln hier ausrechnen und dann kommen wir dann eben auf so eine Kennlinie. Das ist die Leistungsaufnahme. Also, die untere ist ohne den Frequenzumrichter nur aufgrund der Druckverluste im Rohrnetz, die wir also jetzt nicht höher machen müssen durch eine Drosselung. Und diese lilane Kennlinie ist jetzt hier die Leistungsaufnahme mit Frequenzumrichter, die leicht höher ist, weil ja natürlich die Verluste vom Frequenzumrichter auch noch mit dazukommen. Und genau die Differenz zwischen der oberen roten und dieser lila Kurve ist genau das Sparpotenzial, was ich mit Frequenzumrichter habe. Das ist also eine richtig tolle Geschichte. Das heißt also, in solchen Systemen lohnt es sich wirklich, mit Frequenzumrichter zu arbeiten. Und ich habe hier auch noch mehr Beispiele mitgebracht. Das ist jetzt hier eine Lüftungsanlage. Da geht es um eine Bürolüftung und da hat man jetzt erst mal keinen Frequenzumrichter gehabt. Sie sehen jetzt, da fängt man morgens um acht an zu lüften und da ist einfach immer Vollpower. Also ich habe die Luftleistung ist komplett die ganze Zeit volle Luftleistung und ich habe, also das ist das Blaue hier und das Rote ist die Verlustleistung von Motor und Ventilator. Und da ich ja die ganze Zeit mit Vollpower fahre, habe ich da auch die gleichen Verluste. Das ist also relativ viel, was ich an Leistungsbedarf habe. Und das wäre hier jetzt auf den Tag bezogen, sind das jetzt in dem Beispiel hier knapp 131 Kilowattstunden und wir haben eben zwölf Volllaststunden. Das sind eben genau die Stunden, die die Leute da sind zum Arbeiten. Das ist sogar noch ein bisschen länger, weil man muss ja auch ein bisschen Vorlauf haben zum Lüften. So, jetzt hat man eben diese Lüftungsanlage nochmal überprüft und hat geguckt, wann sind denn die Leute im Büro, wann brauen sie denn ihre Lüftung. Dann hat man das angepasst, hat also auch dann dem Motor einen Frequenzumrichter verpasst und jetzt sehen Sie, sieht es plötzlich ganz anders aus. Die Luftleistungen sind angepasst. Hier sehen Sie, es fängt eine Stunde früher an. Man hat da so eine Vorlüftung eingebracht, damit, wenn die Leute dann zur Arbeit kommen, dass die Luft einfach schon gut ist und nicht abgestanden. Ist aber mit relativ geringer Leistung und Sie sehen jetzt haben wir natürlich hier das Blaue, die Luftleistung. Das Rote ist die Verluste von Motor und Ventilator und dann kommt das Grüne noch, die Verlustleistung vom Frequenzumrichter, weil der hat ja natürlich auch noch Verluste. Ist aber, wie Sie schon sehen, deutlich kleiner als das, was man vorher hatte. Und hier hat man dann eben 43,5 Kilowattstunden pro Tag bei 8,2 Volllaststunden bezüglich der Luftmenge. Und ich habe es jetzt hier nochmal hingeschrieben, der Energiebedarf ist um zwei Drittel reduziert worden. Also ich brauche nur noch ein Drittel des Energiebedarfs. Und das ist halt schon wirklich interessant, sich sowas genauer anzuschauen. Noch ein Beispiel, das ist auch schon relativ alt, das habe ich schon irgendwas, 2014 oder so, habe ich das erste Mal in meiner Vorlesung aufgenommen. Das ist ein Beispiel, was die Dena gesammelt hat damals. Das ist aber hier in der Nähe, Daimler und der Türkeim, haben sie so eine Teilreinigung, die wurde umgebaut. Und das ist echt mein Lieblingsbeispiel. Also schauen Sie, hier ist eine Pumpe drin gewesen. Die hat also 18,5 kW, also der Motor 18,5 kW, der die Pumpe hier antreibt. Und da kommt halt jetzt irgendwelches Waschwasser aus irgendeinem Behälter, wird da hier durchgepumpt. Dann hat man hier einen Filter. Hier sind 10 Bar. Man braucht aber zum Reinigen keine 10 Bar, sondern nur 3,8. Also hat man es hier mit einem Drossenventil verkleinert, den Druck. Dann hat man hier noch Kugelhähne, um so eine Bypassleitung zu machen. Also total viel Verschwendung da drin. Und der eigentliche Waschraum braucht irgendwas, was ein bisschen über 3 Bar ist. Und hier also den Durchschluss, diese 10 Kubikmeter pro Stunde. So, jetzt hat man das umgebaut. Nach dem Umbau sah es jetzt so aus. Man hat also gesagt, gut, der Motor kriegt jetzt einen Frequenzumrichter und da können wir jetzt auch gleich einen kleinen Motor einbauen, nämlich anderthalb kW für die Pumpe. Die Pumpe hat man also auch kleiner gemacht, weil es werden jetzt nur noch 3 Bar erzeugt und nicht viel zu viel, was man eigentlich nicht braucht. Der Filter ist immer noch da, aber es wird jetzt direkt der Druck erzeugt, den man braucht. Und es gibt keinen Bypass mehr, keine Drossel mehr, keine Kugelventile, alles weg. So, und jetzt sind wir nachher, also wir waren vorher auf 57.000 Kilowattstunden, jetzt sind wir auf 5.590. Also das finde ich einfach, ist also ein wahnsinniges Erfolgsbeispiel. Und hier ist es nochmal zusammengetragen. Senkungsstromverbrauch 51.410 Kilowattstunden pro Jahr. Also ich spare 90 Prozent von meiner elektrischen Energie ein. Das Ganze, das Schöne ist, hier steht die Investition dabei, 3.800 Euro. Und ich habe also damals eingespart knapp über 6.000 Euro pro Jahr. Das heißt, das hat sich innerhalb von einem Jahr komplett amortisiert. Also das ist sofort quasi positiv in den Büchern in diesem einen Jahr. Das ist natürlich das Optimum, sowas zu erreichen. Das sind so die Low-Hanging-Fruits, aber ja, ich glaube, bei dem einen oder anderen könnte man sowas vielleicht auch noch finden. Also es lohnt sich, da hinzugucken. So, dann hatte ich vorhin ja von den Anlaufströmen geredet. Jetzt gibt es noch eine Möglichkeit, also man muss nicht komplett einen Frequenzumrichter nehmen. Man kann auch einen Softstarter nehmen. Das ist aber hier einfach nochmal, dass Sie das sehen, wie das normal läuft. Wenn Sie einen Motor direkt anlaufen lassen am Netz, dann sieht der Strom so aus. Sehr, sehr hoch am Anfang und dann geht der langsam so bis auf seinen Nennwert zurück. Dann gibt es ja noch den Stern-Dreieck-Anlauf. Der schaltet man eben um. Erst eine kleinere Spannung und dann eine größere Spannung. Dann habe ich hier schon ein bisschen reduzierten Strom. Beim Umschalten gibt es also hier nochmal eine Stromspitze, was also auch nicht so wahnsinnig toll ist. Aber ja, also ich habe immer noch hier einen relativ hohen Strom. Der ist dann natürlich viel kürzer, aber ich habe trotzdem eine Spitze drin. Und wenn ich einen Softstarter nehme oder dann eben einen Frequenzumrichter, dann kann ich hier mit einem sehr geringen Strom starten und fahre den einfach dann hoch. Und dann irgendwann bringe ich den auf seine Rampe und dann schalte ich einfach den Softstarter wieder raus. Also wenn ich da keine Variation in den Drehzahlen brauche, dann kann ich mit Softstarter arbeiten. Und dann habe ich irgendwo einen Schalter, so einen Bypass dann. Das heißt, der Softstarter wird also dann nur genutzt zum Anlaufen und danach schalte ich den wieder raus. Und also damit habe ich einfach eine massive Reduzierung des Anlaufstromes. Damit wird meine komplette Anlage weniger belastet. Ich brauche weniger Energie, was jetzt ja nur relativ kurzzeitig normal ist. Aber diese ganzen Spitzen sind dann einfach nicht da. Also deswegen lohnt es sich auch wirklich, darüber nachzudenken. Ich war vor ein paar Jahren mal in einer großen Firma bei uns in der Region und da ging es um Druckluftanlagen. Und die haben mir dann erzählt, ja, sie dürfen die nur irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, dreimal die Stunde irgendwie neu anlaufen lassen oder so. Und da habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, warum das? Ja, habe ich dann irgendwann verstanden, warum, weil die hat am Netz Anlaufen. Und dann natürlich durch diese hohen Ströme ist das alles so heiß dann, dass die dann wieder Zeit zum Abkühlen brauchen. Ja, das heißt also auch, wenn Sie, also wenn Sie FU nehmen oder einen Softstarter nehmen, können Sie auch bestimmte Komponenten einfach öfter an- und ausschalten, als es mit hart am Netz geht. Also das ist wirklich eine Sache, die man durchaus mal durchdenken sollte. Ja, und dann kommen wir jetzt aufs Gesamtsystem. Das wird jetzt nicht ganz so lange dauern. Da geht es mir einfach darum, dass ich Ihnen auch mal sage, es ist nicht nur der elektrische Teil. Wir haben jetzt betrachtet den Motor, wir haben den Umrichter betrachtet. Es gibt ja aber auf der mechanischen Seite eben auch noch Drehmoment, Drehzahlwandler, also irgendwelche Kardanwellen oder sowas. Nee, Entschuldigung, das wären Getriebe hier. Und dann mechanische Kraftübertragungsstellglieder, das wäre dann zum Beispiel so eine Kardanwelle. Also wenn ich irgendwie nochmal, was weiß ich, ein, zwei Meter überbrücken muss oder sowas. Also auch diese Komponenten haben Wirkungsgrade, die man noch mit betrachten muss. Das ist sehr wichtig. Und in der Gesamtbetrachtung gehen die alle ein. Also das ist der Umrichter, das sind die Motoren, aber auch jetzt zum Beispiel Getriebe oder ich kann hier auch gleich einen Getriebemotor reinsetzen. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, wie sich so ein Wirkungsgrad verhält. Wirkungsgrade werden miteinander multipliziert, um dann auf den Gesamtwirkungsgrad zu kommen. Also hier zum Beispiel, ich habe einen Elektromotor, ich habe ein Stirnradgetriebe und habe eine Seilwinde. Und jedes Mal habe ich einen Wirkungsgrad. Und auf den Gesamtwirkungsgrad zu kommen, muss ich die alle miteinander multiplizieren. Und in dem Fall habe ich zwar hier, naja gut, das ist halt wahrscheinlich ein sehr kleiner Motor mit 76 Prozent. Und das Stirnradgetriebe hat relativ große Wirkungsgrade, die Seilwinde wieder ein bisschen kleiner. Und dann ergibt sich aber insgesamt halt nur 55 Prozent für das Gesamtsystem. Also das ist halt hier der Appell auch noch mal zu gucken, schauen Sie nicht nur auf einzelne Komponenten, sondern schauen Sie sich Komplettsysteme an, also die wirklich energetisch miteinander zusammenhängen. Und da sind teilweise auch noch Dinge zu holen. Aber das ist jetzt wirklich nur so ein bisschen Ausblick, weil wir hatten es ja von elektrischen Antrieben heute. Ja, und hier das letzte Kapitel. Effizienz durch Wartung. Und das habe ich jetzt hier mal so ein bisschen zusammengetragen. Also Lebensdauer von einem Motor kann also zwischen 30.000 und 40.000 Betriebsstunden liegen. Also auch höher, je nachdem, wie Sie den eben behandeln. Also bei geeigneter Wartung wird er auf alle Fälle lange halten. Und man muss halt immer ein bisschen aufpassen auf die Bedingungen, wenn sie in korrosiver und aggressiver Umgebung sind, also mit vielen Stäuben. Also da nutzt er sich halt auch relativ schnell ab. Was heißt abnutzen? Was kann sich da abnutzen? Das sind im Prinzip die Lager, um die es da geht. Oder es ist eben so, dass irgendwelche Stäube da eindringen und dass die sich dann irgendwo anlagern und dann irgendwie den freien Lauf behindern und sowas. Also das heißt, je nachdem, was Sie für eine Umgebung haben, gibt es also Spezialmotoren mit besonderer Schutzklasse, die also einfach staubdicht sind zum Beispiel. Sowas sollte man dann einsetzen und man sollte halt auch wirklich immer, immer den Motor regelmäßig mal checken und auch sauber machen. So, die beste Vorbeugung gegen Wärmeschäden. Also Wärmeschäden ist das, was den Motor eben zum Tod treibt sozusagen, ist wirklich, wenn Sie Schmutz entfernen, dann auch irgendwie Über- oder Unterspannung. Das heißt, das ist dann die Versorgung vom Motor. Spannungsasymmetrie, also auch da sollte man darauf achten, weil sonst wird es eben auch im Motor unsymmetrisch und dann führt es wieder zu Ausgleichsvorgängen und so weiter. Und das macht dann wieder zusätzliche Wärme. Die Oberschwingungen, die kommen eben entweder aus dem Frequenzumrichter oder werden auch über das Netz eingekoppelt durch andere Umrichter zum Beispiel und auch zu hohe Umgebungstemperaturen. Wir haben ja vorhin gesehen, die 40 Grad sind die, also die er dauerhaft kann. Aber wenn er in einer wärmeren Umgebung ist und wir haben jetzt Klimawandel und das wird wärmer und wenn Sie dann in der Fertigung sind, wo es sowieso warm ist und dann brennt die Sonne außen noch drauf und dann sind Sie ruckzuck auch mal über 40 Grad. Also da immer aufpassen, dass er nicht zu heiß ist oder wenn es eben warm ist, braucht er eben noch stärkere Belüftung einfach oder man muss dann auf eine Wasserkühlung gehen. Also zu geringe Belüftung, das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie dann einen Motor mit FU betreiben zum Beispiel und den lassen Sie jetzt sehr, sehr langsam laufen. Und der Eigenlüfter, der schafft es dann nicht mehr, die Luftmenge wegzulüften. Das heißt, da muss man dann ein D-Rating machen, der darf dann nicht mehr mit so hohen Momenten betrieben werden oder eben auch Überlastungen, wenn sie zu häufig und zu lange sind und er sich dazwischen nicht wieder abkühlen kann. Also Sie müssen dem einfach immer wieder Zeit geben. Sie dürfen Motoren überlasten, aber Sie müssen dann einem Motor Zeit geben, sich wieder abzukühlen und dann ist alles gut. Also das kann man übrigens auch berechnen. Das habe ich jetzt nur hier nicht mitgebracht. Wer sich dafür dann speziell interessiert, kann dann auch nochmal auf mich zukommen. So und das Zweite, was den Motor umbringt, ist Lagerversagen. Und da sollte man also auch immer ganz stark auf die Lager achten. Man kann also Lager, das kriegt man eigentlich relativ gut mit, indem man das akustisch testet. Das heißt also, da gibt es Firmen, die sind spezialisiert drauf. Dass die eben die Geräusche des Motors sich anhören oder aufzeichnen und dann kriegen die schon relativ früh mit, ob am Lager irgendwas nicht stimmt. Was ich mittlerweile gesehen habe, das geht auch über die Stromversorgung. Also es gibt mittlerweile Umrichter, die haben da so eine, wie soll ich sagen, eine künstliche Intelligenz enthalten. Die kriegen dann mit, wenn die Strommuster im Motor irgendwie abweichen vom normalen Zustand und die sagen dann, hallo, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und da sollte man dann wirklich dann auch nach den Lagern gucken und dann auch immer regelmäßig nachschmieren. Also unbedingt da die Herstellerinformationen beachten und auch das dann auch wirklich machen. Nicht sagen, ach, braucht man nicht oder so. Das ist wirklich total wichtig. Und dann kann sowas einfach auch sehr lange halten, so ein Muschum. So und bei Frequenzumrichtern, die können also auch, wenn man sich um sie kümmert, dann auch zwischen 12 und 20 Jahre halten. Also dafür sind die auch ausgelegt. So und wenn wir jetzt gucken, was sind die häufigsten Ursachen für Ausfälle, dann sind das eben zum Beispiel Verschmutzungen, wenn ich die falsche Schutzklasse habe. Also wie gesagt, die sind ganz oft in EP21 und das ist halt keine besonders gute Schutzklasse. Das heißt also, ich muss den schon schützen in irgendeinen Schaltschrank unterbringen. Dann ist der schon mal ganz gut geschützt. Dann haben wir hier Filtermatten. Das ist üblicherweise für die Belüftung des Schaltschrankes, damit der also frische Luft kriegt und die Wärme abführen kann. Wenn man da welche hat, muss man die natürlich auch regelmäßig rausmachen. Das ist wie beim Staubsauger. Da kommt dann irgendwann nichts mehr durch und dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Oder auch erhöhte Kühllufttemperaturen über 40 Grad. Entweder eben, wenn es im Sommer besonders heiß ist oder wenn Sie einfach, und das geht schneller, als Sie glauben, dass Sie irgendwo einen thermischen Kurzschuss haben in so einem Schaltschrank. Und dann wälzt sich die Luft nur noch selber um. Da kommt keine neue Kühlluft mehr nach. Und manchmal ist es auch so, wenn diese Umrichter, wenn da mehrere nebeneinander sind, sind manchmal große und kleine nebeneinander. Und da kann es sein, dass dann die Großen sozusagen die warme Luft in die Kleinen reindrücken und so alles schon passiert. Also da muss man auch im Schaltschrank-Design ein bisschen aufpassen und da einfach ein bisschen drauf sensibilisiert sein. Und dann kriegt man das auch relativ schnell mit, was da passiert. Und kann dann auch die Umrichter schützen vor zu großer Wärme. Und dann halten die einfach auch viel länger. So, und jetzt bin ich beim Fazit gelangt, angelangt. Also was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Bei elektrischen Antriebssystemen sind immer noch Einsparpotenziale zu heben. Wir machen das ja schon wirklich seit Jahrzehnten quasi, dass wir da auf Energieeffizienz gehen. Aber es ist leider, aber es ist immer noch relativ viel drin. Und Sie haben ja jetzt einiges mitbekommen, was man da machen kann. Dann sollte man eben auch immer gucken, die Systemgrenzen ein bisschen weiter zu fassen. Also andere angeschlossene Komponenten noch mit betrachten, weil nur im Zusammenspiel kann man eben auch die größte Effizienz erreichen. Und dabei ist es ja auch super, dass hier noch weitere Fortbildungen hier angeboten werden, Webseminare, die sich ja dann auch mit den anderen Komponenten noch beschäftigen. Und wenn Sie das alles zusammen dann berücksichtigen und dann können Sie einfach noch mehr Effizienz erreichen. Dann eben ist es so, je nach Anwendungsfall können, kann, also nicht muss, aber es kann energetisch und wirtschaftlich sinnvoll sein, Frequenzumrichter einzusetzen. Das muss man wirklich im Einzelfall prüfen. Es ist nicht immer die beste Methode, aber sehr oft. Und auch die Wartung, wie gerade gesagt, spielt eben für die Energieeffizienz eine große Rolle. Und da geht es halt wirklich um das Stichwort Wärme, Wärmeabführung. Das ist da das ganz, ganz Wichtige, was man da immer bei so einem Motor und bei so einem Umrichter auch ermöglichen muss, damit die ihre Wärme loswerden, dass sie eben nicht frühzeitig kaputt gehen. Und das, was wir vorhin schon auch als Frage haben, also man sollte wirklich bestehende Systeme messtechnisch untersuchen, um eben die optimieren zu können. Und da möchte ich auch ganz stark dafür plädieren, wenn sie es noch nicht haben, schaffen sie sich ein Energiemanagementsystem an. Also es hat wirklich so viele Vorteile. Sie wissen wirklich, was passiert und können dann auch wirklich gezielt Motoren optimieren, Antriebe optimieren und müssen dann nicht wegen jedem Furz irgendjemanden kommen lassen, der dann Messungen durchführt, sondern sie können das permanent tracken und kriegen dann immer sofort mit, wenn irgendwas passiert. Wie gesagt, auch die präventive Wartung geht mittlerweile durch die Messung relativ gut. Also da haben sie wirklich total viele Vorteile. Deswegen kann ich da wirklich nur noch mal darauf hinweisen. Holen Sie sich ein Energiemanagementsystem, messen Sie, wo es irgendwie geht und dann sind Sie auch wirklich in der Lage, Energie einzusparen. So, damit wäre ich jetzt am Ende und habe alles gesagt, glaube ich, was ich sagen wollte. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu sehr erschlagen. Es war verständlich, wenn Sie noch weitere Infos brauchen, man kann mich auch buchen gegen Einwurf kleiner Münzen und dann dürfen Sie gerne noch mal auf mich zukommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Optimierung von Ihren Antriebssystemen. Ja, besten Dank, Frau Hoffmann, für den sehr engagierten Vortrag. Man merkt, Sie leben das Thema und auch wenn Sie schon lange da drin sind, es ist noch nicht alles gemacht. Nach dem Thema Energiemanagement, ich glaube, da gibt es für die Software immer noch Förderung. Also da gibt es, kann man durchaus noch mal vielleicht in einem oder anderen Register irgendwie auf Bundes- oder auf Landesebene, glaube ich, aktuell eher weniger. Aber gerne bei uns auf der Homepage auch noch mal gucken bei Umwelttechnik, BW, wir haben da auch verschiedene Fördermittel oder beziehungsweise dann die Kollegen, die sich da auskennen. Beziehungsweise natürlich, ich habe es am Anfang schon gesagt, die KEF-Moderationen in den entsprechenden Regionen, KEF-BW.de nachfragen. Die Kollegen kennen sich sehr, sehr gut in der Fördermittellandschaft auch mit aus und können da die ein oder andere Hilfestellung geben. Bevor wir jetzt noch kurz in die Fragerunde einsteigen, falls es noch Fragen gibt, aber ich glaube, der Vortrag war schon sehr, sehr umfassend und erschöpfend. Ich möchte gerne auf unsere Evaluation hinweisen. Herr Kröger wird es gleich noch posten, sprich die Umfrage zu dem Seminar. Wie hat es Ihnen gefallen? Einfach bitte teilnehmen. Gibt es aktuell Fragen? Aus dem Chat sehe ich jetzt nichts. Vielleicht überbrücke ich ganz kurz die Zeit, weil bis 11 Uhr haben wir durchaus noch Zeit. Sie hatten ja angesprochen, es lohnt sich irgendwann die Motoren dann doch mal rauszuhauen. Also das war so, fand ich ja toll. Also gestern kam über ein IDW-Newsletter, irgendeine Studentengruppe sucht, alte Motoren, alte Technik irgendwie. Da könnte man vielleicht an den einen oder anderen Motor nochmal einreichen. Dass die dann 60 Jahre laufen, teilweise finde ich super. Für mich so die Frage, die Nennen-Lebensdauer waren so zwischen 10 und 20 Jahre. Wenn Sie jetzt so die Energieeffizienzklassen dagegen halten, wann rechnet man mit der nächsten Stufe? Also wann lohnt es sich? Klar, man will das Ding ja behalten, aber wann lohnt es sich vielleicht, auf die nächste Stufe dann umzusteigen? Gibt es da Erfahrungswerte? Das ist eine gute Frage. Also als ich angefangen habe mit den Energieeffizienzklassen, das war, wie gesagt, so vor fünf, sechs Jahren oder sowas, da war IE3 gerade so das Allerneueste und jetzt ist IE4 schon da. Also ich sage jetzt mal, da waren vielleicht so fünf Jahre dazwischen, aber viel mehr war es eigentlich nicht. Also da passiert schon relativ viel in der Entwicklung, aber man darf da auch nicht mehr zu viel erwarten, weil irgendwann ist es dann auch mal gut. Also ich habe ja auch vorhin gesagt, bei den kleinen Motoren ist es also fast nicht möglich, da so eine Wirkung zu haben, weil man da auch kaum Platz hat. Also das geht einfach gar nicht. Da sind wir ja auch, da kommen wir auch nicht so weit hoch. Und bei den größeren, bei den Standardmotoren könnte ich mir schon vorstellen, dass noch ein bisschen Luft ist, aber die werden dann natürlich auch teurer, das ist klar. Also das erkaufe ich mir natürlich mit anderen Materialien, mit optimierten Blechschnitten, Windwicklungstypen und so weiter. Also das kostet dann einfach auch immer ein bisschen mehr in der Anschaffung. Und wenn Sie wirklich ganz große Motoren haben, das habe ich ja auch vorhin schon gesagt, dann sind es sowieso immer Maßanfertigungen. Und dann müssen Sie da ja immer angeben oder das wäre natürlich sinnvoll zu sagen, gut, wie will ich das Ding überhaupt betreiben? Und dann wird ja genau auf diesem Betriebsfall wird dieser Motor dann optimiert. Das heißt, dann kriegen Sie ja schon wirklich das Nonplusultra sozusagen. Also wir reden ja eigentlich nur von der Leistungsklasse, die irgendwo ist von vielleicht so von der Zweistellchen bis Dreistellchen-KW-Zahl, wo man noch bei Standardmotoren sind. Davon reden wir jetzt. Und ich habe aber wirklich von IE5 habe ich bisher noch gar nichts gehört. Also weiß ich jetzt nicht, ob es da jetzt wirklich so stark weitergehen wird. Also spätestens nach zehn Jahren durchaus nachschauen, ob es etwas Neues gibt. Ja, da könnte man noch mal nachschauen. Aber jetzt, ich meine, also wenn man mal in die Kataloge schaut, Sie kriegen wirklich nicht für alles den IE4. Also die Kleinen, das geht gar nicht mehr. Also das sind wirklich dann nur noch Größere. Ich hatte jetzt gerade für die Vorbereitung, hatte ich noch mal aktuell reingeschaut. Und wenn Sie IE4 auswählen, dann ist die Auswahl noch relativ stark eingeschränkt. Also so viele gibt es da gar nicht. Also da tut sich im Zeitablauf dann auch noch, gibt es vielleicht noch weitere Entwicklungen. Ja, aber wie gesagt, eher bei den Größeren. Bei den Kleineren ist dann irgendwann auch mal Schluss. Jetzt, so ein bisschen Kritik hatte ich rausgehört, oder ich interpretiere jetzt einfach mal so. Darf man dem Anlagenbauer immer vertrauen? Oder man hat ja immer so das Bewusstsein, oder man will immer so ein bisschen noch mal Sicherheit, noch mal Sicherheit. Und dann soll es ja nicht so warm werden. Also mache ich dann vielleicht eher doch ein bisschen größer, überdimensioniert. Sollte man den Anlagenbauer, den Hersteller durchaus noch hinterfragen? Ja, definitiv. Also es gibt einfach welche, die achten da nicht drauf. Also ich hoffe mal, dass das jetzt langsam anders ist, dass auch Anlagenbauer auf die Effizienz ganz stark achten. Aber das war in der Vergangenheit auch schon öfter mal, dass der Anlagenbauer halt einfach nur auf die Performance geachtet hat und hat halt geguckt, wie kommt da halt irgendwie das beste Produkt raus und wie ist halt die Anlage dann möglichst günstig. Weil das ist halt auch das Problem. Der Einkauf, der wird ja incentiviert auf die Investitionskosten und denen interessiert es gar nicht, was also da im laufenden Betrieb irgendwie gebraucht wird. Und das ist halt so ein großes Dilemma. Und da ist auch wirklich der Hinweis, machen Sie Vorgaben für den Anlagenbauer und sagen Sie also, ich will hier besonders effizient sein und da müsst ihr euch was einfallen lassen. Thema Lebenszykluskosten eben nicht nur Invest, sondern wirklich auch dann mal den Energieverbrauch über, sagen wir mal, die Nennlaufzeit dann von zehn Jahren zu berechnen und zu sagen, okay, lohnt es sich oder lohnt es sich eben nicht. Genau. Sie hatten so ein bisschen auf der letzten Folie so, vielleicht auch ganz abschließend, so ein bisschen dargestellt, aber jetzt von der Strategie her, jetzt habe ich so einen Elektromotor, wie gehe ich denn jetzt vor? Erst messen, was mache ich? Soll ich einen KEF-Moderator hinzuziehen? Soll ich den schauen, recherchieren, was gibt es für Motoren aktuell? Wie wäre Ihr Vorschlag? Ja, also als erstes messen. Also wenn Sie schon ein Energiemanagementsystem haben, dann gucken Sie da mal rein, wie die Verläufe sind. Und wenn Sie keins haben, dann holen Sie sich jemanden, der da mal eine Messung macht. Wir haben übrigens sowas und können da Messungen machen. Aber da gibt es noch ganz, ganz viele andere Leute. Wir sind natürlich die einzigen. Da kann man natürlich auch den KEF-Moderator fragen, ob er jemanden vermitteln kann, der Messungen macht. Also messen ist immer der erste Schritt. Man muss einfach wissen, was da passiert. Und dann, wenn man sich selber zutraut, kann man sich selber einen neuen Motor auswählen. Also wenn es hart am Netz ist, dann sehe ich da auch nicht wirklich ein Problem. Aber wenn es mit FU ist, dann würde ich mir einen Spezialisten holen. Weil wie gesagt, da muss man gucken, welche Filter und Drosseln und so weiter man braucht. Und das ist schon echt eine Sache für sich. Gut. Ich habe gesehen, es kamen keine neuen Fragen über den Chat. Wir sind auch bei den 11 Uhr. Ganz herzlichen Dank nochmal, Frau Professor Hoffmann, für den tollen Vortrag. Wie gesagt, Adresse war eingeblendet. Frau Hoffmann ist erreichbar per Mail natürlich, und buchbar. Genau, das fand ich schön für kleine Groschen. Lohnt sich vielleicht auch wirklich, Sie einzubinden in eine Veranstaltung bzw. in eine Hausschulung oder sowas. Das fände ich auf jeden Fall schön, wenn es da auch dann nochmal einen Kontakt zur Praxis und zur Hochschule dann eben gibt. Herr Krüger hat gerade noch gepostet für die nächsten Anmeldung Lüftungsanlagen. Sie können sich im Chatverlauf, können Sie auch gerne draufklicken, sich gleich anmelden für den 26. November. Und ansonsten bedanke ich mich für alle, die dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.